Es hat das Mikrofon Bartwuchs gekriegt. Ja. Hoffentlich Bartwuchs. Ich hoffe es jetzt auch mal. Aber ich bin ja da gesessen. So, also. Alles gut? Alles ready? Gut. Dann sind wir wieder mal da. Danke für die Einladung. Das letzte Mal war ja ein bisschen speziell. Das letzte Mal hatten wir ja ein paar Leute, die du da warst. Und ich weiss nicht, wann du das letzte Mal da warst. Aber in diesem Studio hast du noch nie gesehen. Nein, eben erst das erste Mal dann. Ich glaube. Nein, doch. Einmal alleine. Ja, sicher einmal allein. Aber auch hier im Studio, oder? Ich habe gemeint, in dem nebenan noch. Egal, egal. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch für die neue Ecke. Der sieht sehr heimelig aus. Dir herzlichen Glückwunsch für das neue Solo. Hey, danke. Ja? Danke, ja. Ein bisschen Zangengeburt gewesen. Alles lässt man nicht mässig. Am Abend vorher noch ganz viel geändert. Aber schlussendlich war es okay. Es ist gut gelaufen. Es ist mehr als okay gewesen. Es ist so ein Schweizer Understatement. Es ist okay gewesen. Nein, es war wirklich geil. Es ist für mich ein super Abend geworden. Mega erleichtert gewesen danach. Ich wurde nervös zuerst. Aber, ja. Ja, gut. Ich war auch sehr erstaunt, dass du 20 Minuten vor der Show noch in der Lobby rumgestanden bist. Im Foyer. Ja. Ich wollte eigentlich nur einen Wein holen, um die Nerven runterzubringen. Aber dann sind gerade alle angefangen. Für das, in so einer Situation, hast du Leute... Du kannst nicht selber die Wein holen, Cenkie. Weil genau das passiert dann. Dann siehst du jemanden und sagst Hallo. Dann siehst du noch mal jemanden. Hallo. Du bist wirklich so ein Empfangskomitee geworden. Das hast du die ganze Zeit Leute empfangen. Ja, voll. Sind gerade alle gleichzeitig in dem Moment angekommen. Aber ich mache das noch oft. Ich gehe oft einfach ein paar vor dem Auftritt und rede mit den Leuten, die dort sind. Ja, natürlich gibt es auch Locations, wo es gar nicht anders geht. Ja, okay. Da hättest du auch. Also weisst, ich denke das an gewissen Orten immer. Ich meine, du isst ja dann auch irgendwie im Raum, wo alle andere Leute essen und so. Und das ist etwas völlig anderes. Aber im Casinotheater... Wäre es jetzt noch möglich, dass du dich einfach in Ruhe kannst, einfach in der Garderobe vorbereiten. Ja. Ja, theoretisch. Aber ich will den niemanden bemühen, nur wegen meiner Nervensachen. Es ist so herzig. Es ist so herzig. Du musst mehr so, weißt du, so Hollywood Diva mässig. So. Wo. Isch. Mi. Wie. So einen Rider aufstellen und so. Ich brauche wie. Es gibt auch so ganze Listen, wo sie einmal wollen. Dass man so alle Smarties in verschiedenen Farben hat. Also anscheinend hat jemand aus der Szene, hat mal einen Rider gemacht, nur, ich weiss doch auch nicht, geile M&M's. Und das ist hauptsächlich gesehen, zum testen, ob man den Rider liest. Ah, weil du gut auf den ersten Blick siehst, du kommst rein, siehst die geile M&M's, weisst du, okay, sie haben wahrscheinlich... Nein, oder sie rufen an und sagen, ähm, ist das ernst gemeint, mit den geilen M&M's? Aha. Aha. Eigentlich etwas mega Absurdes, was man reintun, um zu schauen, ob sie es liest. Okay. So. Und danach weisst es. Ich meine, ich habe irgendwie, in meinem Rider habe ich Kaffee. So. Also irgendwie, dass es eine Kaffeemaschine rum ist. Und dann weiss ich auch, einmal hat einer einfach gesagt, hey, das tut mir mega leid, aber, also, es hat keine Kaffeemaschine dort. Und dann denk ich so, ja, aber es wird ja irgendeine Bahn haben, oder so. Also weisst du, purhaft irgendwie, nein, ist jetzt eine Bahn nicht. Oh mein Gott. Das ist schon voll völlig okay. Ich habe mega lange einen Früchtenkorb irgendwie drin gehabt, weil es einfach so ein Standorting gewesen ist, dann haben wir den jetzt ersetzt mit zwei Red Bull. Was ich vom Rob abgeschaut habe, ist keine Süssigkeiten in Ausrufenzeichen. Weil das machen sie sonst auch gerne. So schön bestehen und danach hast du irgendwie so ein Snickers und eine Packung Gummibarli und so. Und das Problem ist, wenn das rumliegt, ich esse es dann einfach. Wow. Bei mir ist es der Team immer. Der Team kommt dann vorbei und er isst dann das Zeug. Weisst du, was du bei mir siehst? Du, Danny, ich habe es dann mit dem Getreid da, ich habe gesagt, hey, keine Süssigkeiten. Und dann sind wir, da viel Kultur, sind wir überall und es hat immer Süssigkeiten. Und ich irgendwann zum Danny, aber es ist doch im Rider drin. Und dann so, ich habe es wieder rausgenommen, weil ich esse ja. Und du lässt es genau so. Du musst die Banale noch einpacken, sonst. Ja, eben. Aber auch dann wird es weggerührt bei mir. Und Früchte, nicht so viel Platz in meinem Leben. Das ist jetzt übrigens die erste Folge im neuen Konzept. Ah. Ja. Auch die Premiere. Der Sollti weiss noch gar nicht von seinem Glück. Nein. Ja, aber es ändert sich auch nicht. Aber es ist ein schönes, neues Konzept. Endlich mal, ja. Aha, schau, jetzt tut er so. Endlich mal. Immer, wo was Neues. Ja. Es ist eigentlich sehr einfach. Der Cenkie hat sich fünf Feelgutsachen überlegt, die er mitgebracht hat, wo wir jetzt in den nächsten sieben Stunden werden darüber reden. Und ich habe gedacht, wir föhnen jetzt mal an mit der ersten Feelgutsache von dir. Hey. Wie du gesagt hast, ich habe fünf Sachen vorbereitet. Ja. Und ich habe sie auch nummeriert. Eins bis fünf. Sogar. Ja. Einfach logisch, oder? Und du darfst aussuchen. Also, dann föhnen wir klassisch mit dem 3 an. So schön in der Mitte. Sehr geil. Das 3 ist Gamen. Gamen. Ganz global. Ja, also es ist bei mir dann schon recht nischig, spezifisch. Aber Gamen allgemein als entspannende und Kopfabschalttätigkeiten. ist etwas, was für mich viel gut ist. Hey, für mich eigentlich auch. Ich bin einfach so, so Teenie-Zeiten bin ich mal effektiv gamesüchtig gewesen. Mhm. Und das ist schon schwierig. Ich glaube auch im Fall. Ich habe zwar selber nicht so viel Konsole immer zu Hause dürfen. Und bin dann einfach konstant bei Kollegen gewesen. Schon in der Grundschule und dann auch in der Sekunde immer irgendein Gamer-Kollege habe, wo ich dann bei ihm gewesen bin. Zum Teil sogar am Mittag, wenn er irgendwie nicht der war, habe ich gefragt, darf ich zu dir gamen? Und ich werde einfach so allein bei ihm in der Wohnung. Ich weiss noch, es hat eine Intervention gegeben bei meinem Vater. Der ist wirklich gegen den Hahn gesetzt und er hat gesagt, hör mal mit mir reden, du bist gamesüchtig. Und ich so, nein. Weisst du, du Klassiker. In welchem Alter ist das? Ja, ich probiere mich zurückzurenen. Ich pipe jetzt mal so 13, 14. Weisst du irgendwie so. Okay. Heute Nacht hat er halt wirklich so gefunden, ja, aber du stehst ja extra frei auf, um dann wieder zu gamen und schläfst irgendwie zu wenig. Und es ist wirklich so gesehen, dass ich irgendwie so, zwei am Morgen, und dann fühlst du so, boah, aber ich stehe am 7 Uhr auf, dann kann ich weiter gamen. Weisst du? Hast du im Fernsehen im Zimmer gehabt dann? Äh, bei meinem Vater eben schon. Und bei meinem Vater bin ich so zwei Tage in der Woche gewesen. Und eben meistens mehr so Wochenende und so. Und so. Nur. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich so nicht mehr bei denen mega, mega, weisst du, alle haben Red Dead Redemption gespielt. Ja, ne? Und da hab ich gemerkt, das wird ein grosses Investment. Ja. Wenn ich dort reingang, dann ist es vorbei. Ja. Das ist so ein bisschen. Was hast du zu Teenie-Zeiten gespielt? Hey, immer Pro Evolution Soccer. Ja. GTA. Ja. Bist du nicht der FIFA-Typ? Das ist später gekommen. Ah, okay. Hast du noch Winning Eleven gespielt? Also erst? Winning Eleven hab ich auch noch gespielt, ja. Ja, klar. Mit dem Roberto Carlos, den du so erkannt hast, den Zidane mit den Glatzen und so. Ich kann sogar mal Ronaldo wie Football hat es geheissen. Mit dem alten Ronaldo. Okay. So, und was ich geliebt habe, das ist eigentlich noch vor GTA, Driver. Ja, Driver habe ich auch geil gefunden. Driver war etwas vom Geiste. Ja. Einfach durch San Francisco. Ja, ja, ja. Immer die Hügel sozusagen, einfach die steilen Strassen so der Radfliege mit irgendeinem Ford Mustang. Du hast schon blinken und so. Und wenn du die Polizei irgendwie überholt hast, ist sofort irgendwie, es war mega streng, glaube ich. Mega, mega. Okay, Gamen, grundsätzlich, du sagst, es ist sehr nischig. Also, was hast du denn früher gamed? Mit, ähm, mit deinen Kollegen zum Beispiel? Ja, also nischig ist vielleicht falsch gesagt, aber sehr spezifisch. Ja. Ich bin immer der Sportspiele und Wettbewerb und zusammen und gegeneinander. Ja. Das ist so das. Ich bin nie so der Shooter gewesen, auch koordinativ hat mich das überfordert. Ähm, ja, Fussball eigentlich, also eben Prevo oder FIFA. Ja. Das sind so die Go-To-Spiele. Und so Rollspiele und so hast du nie gemacht? Nein. Also, ich bin wieder, ich kenne Serien-Typ zum Beispiel, so wenn es lang geht, oder Zelda zum Beispiel. Ich kann sagen, ich liebe Zelda. Ja. Ich verstehe das nicht. Es ist einfach am rumlaufen und am rumlaufen irgendwelche Büsche zu erhexeln und wieder laufen. Das ist mir zu wenig Action gewesen. Das ist auch nicht, ich würde das Competition-Zeug geil gefunden, dass man gegeneinander kann etwas spielen und, ja, und, so ein wenig, ja, der Wettbewerb. Mario Kart. Mario Kart, ja. Das gehört auch dazu. Also allgemein so die ganze Mario-Party-Welt. Ja. Es ist auch so etwas, was man gegeneinander kann sich auf die Beine geben. Das ist geil. Ich habe ja mit dem Sven ein paar Tage im Wallis gemacht, er hat gefunden, solle Switch mitnehmen. Ja. Und ich so, ja, mach doch mal. Nein, das Mario Tennis hat er gehabt. Okay. Okay. Und, äh, ich glaube nach zwei Runden, er hat es halt nie ganz, er hat es einfach immer so zum Spass gespielt, oder? Und so nach zwei Runden habe ich langsam gecheckt, was noch speziell ist mit ihm, wie man kann sich so einen Schlag aufladen und irgendwie, äh, jemand hat so viel Leben, das heisst du kannst das Match schon beenden, auch ohne Punkte. Ah, wenn seine Leben einfach da sind. Okay. Wenn du dann auf den K.O. schiessest, so, oder? Okay. Und dann habe ich am letzten Tag hauptsächlich ich Mario Tennis gespielt. Und dann hat er nicht mehr so nehmt keine Lust mehr gehabt. Nein. Nein. Ähm, aber ich habe eine Statistik gelesen, dass, äh, bei keinem Game auf der Welt mehr, ähm, ähm, warte jetzt, irgendwie Adrenalin und irgendwie auch noch, ähm, was kann man noch messen, nicht Aggression an sich, kannst du nicht messen, aber irgendetwas kannst du auch noch mal messen, ähm, ausgeschüttet wird, wie bei, äh, Mario Kart. Ah, Mario Kart, okay. Ja. Ist es nicht Fortnite, noch extremer? Nein, anscheinend ist es wirklich einfach, weil es einfach so gemein ist. Es ist ja wirklich, wenn du, wenn du hinten bist im Mario Kart, kriegst du ja bessere Waffen, als wenn du vorne bist. Aber ist das so? Ja, natürlich. Du kriegst doch immer... Vorne kriegst du immer so Bananen und Lehmzüge und hinten kriegst du die roten... Hinten kriegst du den, der, 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 der Torpedo, ja. Wo einfach mal schnell irgendwie sieben Plätze vorne schiesst oder du kriegst dann dumme blaue Helme. Ah, ja, ja, ja. Wo dann irgendwie der erste... Der Stern, den kannst du alle aussehen. Ja, genau. Der rote, äh, Panzer. Es, es gibt einfach grosses Frustpotenzial bei dem Game. Aber ich liebe es. Es sind oft so, gell? Der gute Spiele sind immer die, die zu einer Hassliebebeziehung dazu entwickelst. Ja, zum Beispiel Shooter habe ich auch nicht gespielt, aber GoldenEye auf Nintendo 64. Ist ja auch so ein Klassiker. Ja. Und das hast du auch, wenn du das zu viert gespielt hast. Ja, ja. Du hast beim anderen Bildschirm können schauen, wo läuft der durch? Ah, nein! Und dann hat es dich irgendwie von hinten gekriegt und dann bist du wieder fertig. Okay. Was, äh, was, äh, was tut denn für dich das Gamen effektiv machen? Dass du nicht bewusst entscheidest, wo du sagst, okay, jetzt hock ich an, nimm einen Controller in die Hand und so und so viele Stunden später bist du wieder draussen. Also, jetzt wird es schon fast philosophisch. Ich glaube, Eskapismus ist dort ein Stichwort. Ja. Einfach, ähm, aus der Realität ausbrechen ist immer schon ein Drang von mir. Ja. Einfach immer wieder in Fiktion, in Filmen oder halt beim Gamen. Und ich habe das immer geliebt, einfach in anderen Welten unterwegs sein, wo andere Regeln gelten. Und es gibt sehr viele Parallelen zu der echten Lebensphilosophie, wo man sagt, ja, eigentlich bist du einfach so ein Charakter in einem, in einer Welt so. Und im Spiel kannst du einfach sehr viele Sachen entscheiden und machen, die nicht so schwerwiegend sind wie im echten Leben halt. Und dann kannst du... Ja, weil du dann stehst. Ja, und dann machst du einfach Reboot und bist wieder da und kannst... Und ich bin auch immer der, wo die Kollegen genervt hat, wenn man zum Beispiel so Silent Hill oder irgendetwas mal gespielt hat, wo man zusammen so im Dunkeln und er hat so diesen Horror empfinden und ich so, was passiert, wenn man eine Handgranate auf die Ahr schiesst? Du hast auf irgendwelche Charakters, die mit dir reden, um zu schauen, was sind die Entfernungen, also was sind so die Grenzen vom Spiel? Ja. Oder wenn du irgendwo hast fliegen können, bin ich immer zuerst einfach rauf geflogen. Einfach wie weit kommt man rauf, wie weit kann man gehen, was sind so die Grenzen? Ja, ja, ja. Komm, komm mal runter. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Dort hat es auch viele Kollegen, es gibt auch die, die einfach ihren Frust rauslassen, einfach rausgehen, die Omas verprügeln oder so. Und für mich ist es eher so ein Experiment geworden, wo zum Beispiel im Fäufi hast du irgendwo so ein bisschen in der Prärie draussen, hat es eine mega breite Strasse, so richtig Autobahn, sechsspurig, und dann geht so ein Gleis dort drüber und die Schranken gehen immer wieder zu. Mhm. Und dann gibt es einen riesen Stau dort. Ja. Und dann bin ich so herrn gestanden einfach an der Seite mit einer Waffe und wenn du ganz hinten irgendwo einfach in ein Auto zielst, ohne Schiessen. Weil wenn du schiessenst, kommt noch die Polizei und so, und ich habe immer versucht ohne die Polizei. Wenn du zielst, dann bekommt der Fahrer Panik, fängt er an wegfahren, fährt die alle anderen rein und alle anderen fahrern auch in der Hand rein und dann gehen die Schranken, da sind ja, da sind ja im Zug gegangen. Ja. Aber alle Autos rasen einfach in den Zug rein und das gibt das riesige. Und wenn Glück hast, es sind ein paar Gangmembers dort drin und fühlen sich so abgefügt und dann gibt es eine Schiessen rein und du kannst einfach dort auch kein Popcorn essen. Also du hast einfach geschaut, wie du den Programmieralgorithmus irgendwie kannst. Ja, ich kann auch Chaos verschiften, so. Bei GTA, ich glaube auch 5, hat es einen Comedy Club gegeben. Ah wirklich? Und da hast du in den Comedy Club gehen und dann hast du in die Comedy schauen können. Was? Und dann hat unter anderem Ricky Gervais eins von seinen Bits haben sie dann wirklich mit Motion Capturing, weißt? Und ihn auch als Figur dort? Oh, wo wäre er geil? Kannst du es mal suchen? Gib mal irgendwie, Ricky Gervais GTA. Und dann hat er das Bit gemacht irgendwie von wegen Going Commando. Kennst du das? Das ist so im englischen Begriff von Going Commando heisst, du hast keine Unterhose unter deiner normalen Hose nach. Das heißt Going Commando. Und auch eben so, wieso heisst das so, oder? Ja. Und dann spielt das so aus. Schau mal an. Ach, sogar noch im 4 ist es gesehen. Sorry. So gut. Sicher kein Video, aber zeig mal, zeig mal ein Bild. Und dann ist es etwas Bit, irgendwie so, wenn er so findet, wie alle so mit den Knarren sind, sie so am herunterlaufen, oder Going Commando. Und er hat das einmal gespielt komplett? Genau. Sie haben das dann... Genau. Wow. Mega gut. Das ist genau, da in einem Comedy Club. Mega gutes Logo. Mit der Nase. Mit der Brille. Wie heisst der? Irgendwas Sides. Ja. Hast du mal so eine, so eine virtuelle Comedy, wie hat das geheissen, wo du so, so wie ein riesen Zoom-Call mit ganz vielen verschiedenen Leuten, und hast du dort auf die Bühne gehen, ja. So mega schlecht animiert, aber es waren so echte Leute, die da drin sind, und die reichen dann einmal auf die Bühne. Kenne ich nicht. Da müsste ich auch mal probieren, ja. Aber ich finde, die Liebe zum Detail, wo sie bei so Sachen hatten, ist natürlich schon mega geil. Also, irgendjemand musste das organisieren, dann haben sie einen Tag Motion Capturing gemacht mit allen Comedians. Ich finde, dass es einfach so eine Easter Egg Funding ist, wo, ich glaube, es ist ja nie eine Mission, sondern, eben, du kannst so, du kannst einfach den Comedy Club, du kannst auch Comedy schauen. So gut, das ist auch für den Ricky mega geil. Also, es gibt es ja auch viel, wo so Marketing gemacht wird, wo man im Spiel dann irgendwie Fortnite und irgendwie Nike dort seine neue Schuhe dort zum ersten Mal präsentieren. Ja, jetzt nicht irgendwie, irgendjemand bei Fortnite, nicht irgendein NBA Spieler, bei Fortnite etwas gemacht. Es ist nicht der Janis in Fortnite. Ah, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch ist. Ich will doch kein Seich verzeichen. Oder Wendy's. Wendy's? We don't do Frozen, sagen sie. Und dann hat es dann Wendy's Charakter gemacht, weisst du, das Mädchen mit den roten Zöpfen. Ja. Und die ist dann ins Fortnite-Game und hat nur die Tiefkühlschränke zerstört. Saving Fortnite from Frozen Beef. Ja, genau. So geil. Weisst du mir, würdest du es machen, wenn es in einem Game, so eine Comedy-Game ist? So zu lieb ich. Danke. So zu lieb ich. Immer dabei. Finde ich richtig geil. Aber, äh, zurück zum Eskapismus. Mhm. Dann wäre es ja eigentlich, würde es sich ja anbieten, dass wir dann eben Games machen, wo man, ähm, eben so, Zelda, oder Rollenspiel, oder irgendwie so. Weil dann bist du ja wirklich in einer anderen Welt. Und so richtig weg. So fast wie Sims, oder so. Genau. Ja, also, nicht unbedingt. Also, kommt darauf an, ob ich die Welt kauf, zum Beispiel Uncharted, ist eines von meinen all-time Lieblingsspielen, äh, Lieblingsspiele, weil du es eben filmmässig spielst. Also, es ist nicht so etwas, wo mega Open-World ist. Ich meine, Red Dead 2, zum Beispiel, ist auch mega die Open-World, und du laufst und wanderst und du rittest. Und... Ja, du bist ja, äh, Cowboy. Genau. Wenn Red Dead Rhythmisch wirklich mal 10 Minuten gespielt hat. Ja. Und es ist von dergleichen, wo GTA gemacht hat. Rockstar. Und, was mich einfach so abgeschreckt hat, ist, wenn ich von einem erfahren habe, der hat müssen, ich weiss doch auch nicht, in irgendeiner Mission, hat er müssen, für irgendeinen, eine Fuchshut, hat er müssen besorgen. Mhm. Dann hat er die Fuchshut besorgt, das ist wirklich 6 Stunden in eine Richtung gerieten, findet der Fuchs, dann kann er irgendwie häuten, oder irgendwie so, und danach riet er 6 Stunden zurück, und dann muss er über einen, über einen See, mit so einem, mit so einem, halben Floss, oder so, und wo er über den See geht, fällt ihm die Haut in den See. Und es ist die einzige Haut, die es im ganzen Game gibt. Und du kannst es nicht, du kannst Leute dagegen machen, die fällt dort rein und, ich bin mir eben nicht sicher, ob es, so geplant ist, sondern, es ist eher so gesehen, er hat etwas falsch gedruckt, und hat die Haut weggeworfen. Und jetzt ist sie im Boden vom See, und er kriegt sie nicht mehr, und er kann die Mission nicht fertig machen. Und es ist einfach so. Und dann denkst du, das ist mir schon zu nah am Leben. Ja, das ist ja voll. Mir würde genau so scheiss passieren, aber das, nein, das ist, für mich braucht es schon ein bisschen eine guided Welt, wo, eben Uncharted ist, es war perfekt, aber es ist schon die Suche, mit den ganzen verschiedenen Szenarien und Settings. Oder Tomb Raider früher noch. Ja, genau. Es hat auch das neues Tomb Raider, das muss ich mir auch mal anschauen. Und das ist mega geil, also das, wirklich, Tauchstätten ein, die Welt, und das ist nie langweilig, es passiert den ganzen Tag. Und im 4 von Uncharted, bist du noch etwas mehr Open-World mässig, du kannst es auch schleichen. Du musst nicht in die Battles hineingehen. Früher ist es immer so gewesen, du hast irgendeine abgesperrte Zone, du musst dich jetzt durchschiessen durch das Ding. Und die Ballerei hat mich nie so gefesselt, und jetzt kannst du auch schleichen und darum herumlaufen. Ja. Und ich spiele auch immer im Story-Modus, nie im Hardcore, es wird mega schwierig Modus, sondern ich dachte, die Geschichte erleben, und dort drin selber mich bewegen, das ist mega. ja. Okay, und was ist jetzt denn gerade so, tust du jetzt auch noch gamen? Ja, absolut. Ja. Ich habe auf FIFA aufgehört, einfach wegen Frust, weil es im Kind immer, wenn du in diesen Ligen kannst du immer wieder aufsteigen und so, dann kommst du in die erste Liga und du willst einmal die erste Liga gewinnen und dann wäre es viel vorbei, aber es ist einfach, ja, irgendwann mega Frust gewesen, dann haben wir es gelöscht, und dann habe ich herausgefunden, dass FIFA nicht mehr FIFA heisst. Sondern es heisst jetzt EAFC. EAFC24, so, und weil sie sich von der FIFA getrennt hat und bla, und ich weiss nicht, was für Gründe das sind, aber ich habe es noch einen coolen Move gefunden. Geld. Und jetzt, jetzt muss ich es eigentlich wieder, ist es nur Geld gewesen? Nicht moralische, nicht mehr mit FIFA? Nein, es ist einfach die FIFA-Lizenz. Okay. Die FIF Pro-Lizenz und dann gibt es noch zusätzlich über den Namen. Ah, es scheint zu teuer geworden, oder so. Irgendwie so, ja. Okay. Da habe ich gedacht, komm, jetzt müssten wir es wieder unterstützen eigentlich, und dann haben wir es wieder gehabt. Und jetzt ist einfach, vor drei Wochen ist es passiert, ist meine, bei der Anmeldung online, das melde dich ja automatisch an, plötzlich irgendeine E-Mail-Adresse angegeben, so mit Sternen, ich sehe nicht mal die E-Mail-Adresse, und statt Bestätigungscode schicken. Nachher schickst du den, und es kommt gar nicht an meine E-Mail-Adresse an, ich habe keine Ahnung, ich komme einfach nicht mehr rein. Du bist gehackt worden. Ich weiss es nicht. Ja. Ich habe früher auch viele, weißt du, so den Account-Täuschler mitgelegt, und ich habe so vermutlich, wie es ein alter Accounting ist. Dann habe ich mich gemeldet bei denen, im Support, kannst du so chatten, und alter, der schlechteste Support aller Zeiten. Ich bin auch mal im Sony Support, bin ich auch mal wahnsinnig geworden. Und zwar bin ich in so einer, ich bin in so einer Endlosschlaufe gekommen, von, wenn das ist, dann musst du das machen. Dann sagst du, okay, dann machst du das, dann kommst du den anderen, und dann kriegst du einen Link, der dich wieder zurück schickt, wo sie sagen, wenn das ist, musst du das machen. Scheisse. Und das hast du wirklich so vier, fünfmal gemacht, und ich dachte, okay. Und zwar irgendwie genau, sie haben mir auch ein Jahresabo, haben sie mir irgendwie abgezogen, wo ich irgendwie aber gar nicht mehr gebucht habe. Also sie haben es wie automatisch verlängert, ich habe es aber mal geündet gehabt, und sie haben es trotzdem wieder verlängert. Und irgendwie so. Das ist wirklich, das ist ganz richtig. Das ist richtig müde. Weisst du in den Chat, du chattest wirklich mit einer echten Person, und das macht, weisst du... Bist du sicher? Oder ist es ein Bot? Nein, nein, ziemlich sicher. Ich kann, ja, wir haben es schon recht diskutiert. Und er hat uns einen Test vorgeschickt, und er hat gesagt, hey, welche Farbe habe ich M&M's? Ja, genau. Zum schauen, was er schreibt. Aber der wollte wirklich mega viele Sachen von mir von mir, IP-Adressen, dann schickt er mir einen Link, wie ich das herausfinden kann, und dann dies und das. Und dann im Account gewisse Sachen sind gar nicht angegeben. Und durch das mache ich, ich bin eingeloggt, und er muss nur bestätigen, dass es mein Account ist. Und ich habe einfach nicht geschafft, die Informationen zusammen zu haben, und er hat mir eigentlich nicht beschrieben, woher. Und irgendwann kommt einfach so ein fettes, so eine fette automatisierte Nachricht, blablabla, danke, und meldet sie sich wieder, wenn sie probieren. Und ich so, klar, das ist noch nicht vorbei. Ich so, hast du mich jetzt nicht hängen lassen? Und so, mega. Hast du schon weg? Hast du schon weg? Hast du dann mal beim FIFA oder FC, oder wie es jetzt auch immer heisst, hast du mal die erste Liga gewonnen? Ja. Ja. Ja? Ja, also irgendwann schaffst du es. Das ist gleich... Einmal habe ich es geschafft. Ja. Und es ist einfach der schönste Tag von meiner Arbeit. Und zwar... Mit dem letzten Match, ich weiss noch genau. Es geht gar nicht anders. Du schaffst es fast nicht, weil du musst von den, was sind es, zehn Matchen oder so, du musst, glaube ich, sieben gewinnen und ein Unentschieden. Das verdreht es. Ich glaube, ich glaube, 21 gewinnen sind es, oder 18. Nein, es war mehr. Es war mehr. Ich meinte, 23, so eine blöde Zahl. Okay. Und was ich gemerkt habe, ist in der oberen Liga, mit den richtig guten Teams, also wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, gesagt hast, ich nehme Bayern und du spielst dann gegen Liverpool, dann kannst du es einfach vergessen, weil irgendjemand hat einfach mit... Paris, Mann. Mit den guten Teams. Ich hasse Paris. Genau. Mit den guten Teams haben sie einfach zu viel Spielraum. Ja, ja. Und dann habe ich gemerkt, mit so drei Sternen plus, vier Sternen höchstens Mannschaften, dann habe ich natürlich den FC Basel genommen. Oh, was? Und dann bekommst du so Gegner oder wie? Ja, dann bekommst du ähnliche Sternengegner. Auch in der höcheren Liga wirklich? Ja. Weil dann spielst du halt gegen, keine Ahnung, Stuttgart oder irgend sowas. Und dann weiss ich eben, der Match, den ich musste gewinnen, der letzte, damit es überhaupt klappt, ist gesehen, gegen New York Red Bulls, oder wie die auch immer heissen. So. Und, und ich habe dann gewonnen, mit einem, ein pass in Tiefe, mit einem hohen Pass in Tiefe, wo ich dann einfach nur einmal L1 und angetippt habe, dass er einfach direkt Volley geliebt hat. Das ist doch schwierig. Und er ist drin gewesen, und das ist auch meine einzige Chance gewesen von dem ganzen Match. So, wirklich, du musst halt einfach, du musst so fest Chancen optimieren. Und dann Catenaccio, oder wie hättest du? Was? Also hast du hinten rum und so gespielt, dann irgendwann, Aha, nein, ich habe brutalstens verteidigt, also einfach gar nichts anderes können machen. Der hat einfach gespielt, gespielt, hat nie richtige Chancen rausgespielt, aber auf dem Ballsitz, A-Go-Go. Ja. Und eben irgendwann der Ball, hoher Bass, dran der Pupp. Sehr geil. Was solltest du davon machen, so ein FIFA-Turnier machen mit Comedians? Ja, unbedingt. Mittlerweile wird sehr viel geplant mit Comedians. Ja. Sven und ich paupen das in die Ewigkeit und wir machen mal ein Basketball-Ding. Wäre auch cool, ja. Dann hat ein Kollege von mir eine Paddelhalle aufgemacht in Basel. Paddel? Paddel, heisst es richtig. Das ist das Tennis-Squash-Mischer. Genau. Mit der Wand und dem flachen Schläger. Also jeder Schläger ist flach, aber der hat eine Platte. So. Und, äh, dass man dort mal so eine Comedy-Ausgob macht, weil es ist ja immer im Duo. Es ist immer doppelt. Ah, okay. Also es war schon lustig. Zwei gegen zwei und dann machst du vielleicht nochmal zwei gegen zwei und dann spielen die und dann nachher... So. Jetzt ist die Idee von einem Comedy-Golf-Tag. Wow, das... Da bin ich nicht aus. Golf. Mini-Golf vielleicht, aber Golf ist... Gibt es vielleicht so viele Wochen die Golf können? Ja, eben darum ist jetzt die Idee gekommen, ja. Ah, okay. Und, äh... Ja, danke. Wir haben früher noch Fifa-Turnier gemacht. Da muss ich eigentlich mal fragen, was dort passiert ist. Jedes Jahr hat es Fifa-Turnier gegeben und der erste Kollege hat dann wirklich in irgendeinem so einem Trümling geladen, hat er sich so einen kleinen Pokal mit so einer Gravur hat er sich machen lassen. Mit einem Controller drauf, oder? Wo, äh... Ja, irgendwie aufgestanden ist, Fifa-Turnier-Gewinner, bla bla. Und das ist ja auch ein Wander-Pokal gewesen. Das heisst, du darfst ihn einfach ein Jahr bei dir zuhause haben. Okay. Bis zum nächsten Mal, wo dann wieder das Turnier war. Und entweder hast du es wieder gewonnen oder hast du dann weitergegeben. Ja, so. Ich wäre halt dabei, dass man wie so ein Game-Olympiade vielleicht macht, was mit mehreren Spielen. Ja. Verschiedene, äh... Chancen sozusagen durch. Also, man müsste ja sicher, äh... Eben ein Sportspiel ist gut. Mhm. In diesem Fall, also ein realistisches. Mhm. Sicher Fifa ist der Klassiker. Dann müsste ich, äh... In irgendeinem... So ist das Golf zum Beispiel? Gibt es ja auch. Golf gibt es ja auch, aber ich würde dann eher eher auf irgendwie, äh... Also, ich persönlich spiele natürlich gerne noch Rennspiele. Mhm. Kann ich gar nicht. So, aber es könnte ja auch Mario Kart sein. Aha, ja. Ist auch ein Rennspiel per se. Ja, ja, ja. Ich wäre auch geil, das sind so kleine, äh... Oldschool-Games und so. Das wäre auch mega cool. Mhm. Da gibt es auch mega... Es gibt auch so olympische Spiele, die habe ich runtergeladen letztens. Für irgendwie so... Zwei Stunden. Das ist einfach so... Tokio. Da kannst du einfach so... Die olympischen Spiele, so verschiedene, äh... Ah, ich habe früher noch für Megadrive, haben wir noch... Winter-Olympiade haben wir... Ja, genau. Das ist ja geil gewesen. Ja, so Bob fahren... Bob fahren und Buckelpisten, wo du dann so im richtigen Rhythmus musstest du so anbeadeln und so... Ja. Und dann noch Tricks machen. Geil. Ah, schiefsitzig. Also ja, das heisst, äh, jetzt sind wir schon auf etwas gekommen, nämlich, äh, dass wir irgendwann so ein Comedy... Comedy-Game-Turnier machen. Und eigentlich müsste man das ja dann auch dokumentieren. Ja, also meine... Ähm, mein Konzept, welches ich schon mega lange mit herumlaufe, ist, zum Beispiel das vierte, treffst du dich in meinem Wohnzimmer, da ist ein Esstisch und das Sofa. Ja. Auf dem Sofa spielen zwei Gegnern und die anderen zwei, die Gegner sind von denen, kommentieren. Ja. Während die spielen. Ja. Dann tust du den Kommentator abstellen, aber er hat Stadionsound und dann hast du einen, der vielleicht auf Twitch irgendwie auf Kommentare reagiert oder so. Und der andere kommentiert das Spiel. Und weil es Comedians sind, roastert man sich gegenseitig. Ja, logisch. Und das ist ja schlimm, wenn du ein Verlierer bist und dann kommen die Leute noch und dann auf dich eindreschen. Und dann haben immer die, die nicht spielen, die Möglichkeit, gleich reinzufunken in die Spiele, wo sie nicht beteiligt sind. Das ist bei FIFA das ja Ja, ja. Das ist... Es hat mal eine Art, wie es gab, wo es Joyce noch gab. Mhm. Dort haben sie den Interactive World Cup gemacht. Okay. Und dann haben sie auch immer Leute eingeladen. Und dann bin ich auch mal irgendwie eine Runde spielen gegen den Battery Man oder irgend sowas. Den Battery Man? Ja. Da siehst du immer noch das Plakat ab und zu. Und zwar, weißt du, der, der sagt, du sollst Batterien recyceln. Okay. Ja, nicht in Abfall schmeißen. Ja. Der hat auch einen Anzug und Cape. Und ja. Was mit so einem Blitz vorne drauf? Was soll? Du Battery Man. Wow. 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 Schöne Farbe. Dort habe ich ja gewusst, was mein Level an Bekanntheit ist, wenn ich mit einem Battery Man zusammen in eine Sounding gebucht werde. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, das könnte man ja zum Beispiel, könnte man das ja in den Räumlichkeiten machen. In welcher Räumlichkeiten? Hier? Aha, ja auf jeden Fall. Wir haben einen Fernseher. Wir haben einen Fernseher, ja. Wir haben einen Sofa, den wir jetzt gerade übergestellt haben. Mhm. Wir haben zwei Sessel, das heisst Sofa war der Game Ort, oder? Mhm. Oder sind Sessel der Game Ort? Nein, ich würde Sofa als zweites einen Game Ort machen und dann der Kommentatorenbauf ist da. Hier der Kommentierer. Mega geil. Hey, das machen wir. Mega geil. Das finde ich eine gute Idee. Wirklich. Und das kannst du ja, glaube ich, direkt streamen vom Ding. Musst du nicht den Bildschirm aufnehmen, oder? Kannst du direkt, oder? Ja. Und das werden dann, äh, die Kameras für dich. Mega geil. Stell dir vor, die Kommentatoren. Oh, Charles und Guilla verkackt sind einmal richtig. Ja, machen wir auch nicht. Das wäre mega geil. Wow. Noch Charlie. Ja. Und Sven. Charlie und Sven. Ja, es gibt, glaube ich, einige, die so ein bisschen im Game denken. Ja, wer gibt's noch? Reto Joost. Der Reto. Ja, gegen ihn mache ich immer gerne Sachen. Ähm, wer gamed noch? Die Frage ist, wer gamed nicht? Ich weiss gar nicht. Ja. Aber ja, müssen wir mal fragen. FIFA ist immer ein bisschen so eine Geschmackssache, ob die Leute mitmachen. Aber ja. Ja, muss. FIFA muss auch dabei sein. Ja. Hey, bis 2018 habe ich mit dem Steuerkreuz gespielt. Wirklich? Ja. Ich habe die Joysticks nicht geguckt. Ja. UFC müsste man natürlich. UFC ist auch etwas. Wenn du das im Griff hast, kannst du mir schlecht gehen. Und es ist etwas, wo man gerne zuschaut. Ja. Es gibt nämlich Games. Stimmt. Du bist voll nicht dabei. Ja. Wenn er woanders spielt. Ja. Und UFC. Ja. Das muss ich auch nicht dazu sagen. Ich würde nicht ein normales FIFA-Turnier machen, sondern Überraschungsball. Was ist Überraschungsball? Kennst du es nicht? Kannst du bei der Spielmodi rein gehen. Doch, irgendwie. Dann gibt es so verschiedene Arten. Es gibt Hausregeln zum Beispiel, die kannst du anwählen. Ja. Und dann hast du zum Beispiel, wer drei Goal gemacht hat, oder Volley zählt doppelt, oder Goal aus dem Strafraum zählt doppelt. Dann gibt es Überraschungsball. Bei jedem neuen Spielbeginn, also wenn der Ball aus dem Spiel ist. Ja, entweder ist er irgendwie mega stark, oder er ist mega schnell. Genau. Du hast Geschwindigkeits-Boost, Schuss-Boost, Pass-Boost, und nochmal irgendetwas. Aber das sind so die Boots, die immer wieder kommen. Und Goals zählen irgendwann auch doppelt und dreifach. Ja. Und das heisst, egal, wenn du mit Basel gegen Barca spielst, dann ist trotzdem, wenn du den Ball hast, bist du halt schneller als die Barca-Spieler. Und das macht es wieder fair. Und es gibt halt so 23 zu 18 und so. Das ist dann schon geil zu machen. Und weisst du welches Game auch noch, mir ist die drei drei gehauen, Rocket League. Woah. Rocket League. Ich habe das gegen meine Nerven gespielt, das ist so ein kaputtes Spiel. Das ist so insane. Das ist wirklich, ich drehe durch. Und das ist auch super komisch, dass man diese Kombos macht, so Autos und Fussball, das ist so das schlechteste Fussball-Spielwerk. Der Raab hat das immer gemacht. Der hat ja mal Autoball gemacht. Ja, der hat das mit den Riesen, wo der Echo Fresh mit dem Scheibenwischen und so. Also, da haben wir, da haben wir doch jetzt einen guten Plan. Äh, ich beauftrage die, Rocket League, das ist zwar zu viel, das Spiel. Ich beauftrage die, dass das, äh, dass das, äh, das mal mit, du hast ja das Konzept schon gesagt. Ja, dass ich die Leute zusammen drumherum und dir einfach nur noch mal sagen, hey, wir sind ready. Genau. Und danach finden wir ein Datum und dann machen wir das. Sehr geil. Dann machen wir die Mannschaftsliebli. Eben, das kannst du dir alles überlegen. Das kannst du dir alles überlegen. Alright. Was ist, was ist die zweite, äh, die zweite viel gute Sache? Ähm. Sag du, eins bis fünf, drei ist weg. Das Fünfe. Das Fünfe ist, Zeit mit Haustier verbringen. Hast du Haustier? Nein. Aber ich habe mega lange einen Hund gehabt. Äh, 13 Jahre lang haben wir einen Hund gehabt. Wirklich? Was für einen? Ein Goldi. Nein! Oh mein Gott, das ist ja der Prototyp vom... Family... Familie... Lovey... Ah. Ist also der erste Haustier ever gewesen. Also ausser die Meersäule, die hat man ja nicht mehr so gross. Aber der ist wirklich eine mega, mega schöne Zeit gewesen. Und allgemein Tiere, wir haben jetzt zum Beispiel, ja, über Weihnachten, haben wir, äh, den Neffen zwei, äh, Hassen geschenkt. Mhm. Also die Mutter von ihnen hat es ihnen geschenkt. Also die Neffe von meiner Freundin sind ja meine Neffe. Aber wir mussten dann zwei Tage auf die schauen. Ja. Damit, weißt du, das Geschenk aufgeht, dass zu Hause noch nichts steht bei ihnen. Und die zwei Tage, ich bin einfach nicht mehr aus dem Zimmer raus. Einfach so dort drinnen zugeschaut. Es ist so etwas spezielles, ein Tier bei sich haben. Ja. Das macht mega viel mit einem, finde ich. Mega. Es ist ja so eine spezifische, ähm, Form von Interaktion. Tönt jetzt so, Tönt jetzt so, Tönt jetzt so emotionslos. Aber, aber es ist so speziell, weil, bei Menschen, ja immer noch in irgendeiner Art und Weise, kannst du reden. Mhm. Und bei dir, wirklich einfach nur aufgrund von, Bewegungen und Ausdruck, Mhm. Du eine gewisse Emotion verspürst. Mhm. Und, und auf dir dann wieder reagierst. Also, du wirst ja, blöd gesagt, auch feinfühliger, wenn du mit dir, Ja, ja. Im Kontakt bist. Absolut. Es ist so das, das, das Schutzempfinden, oder wie man dann so, ja, man sorgt für ein Tier, und wo das ihm gut geht. Ja. Und dann verhängt er irgendetwas, kommt irgendwann nicht runter, und dann hilfst du ihm und so. Und also die Gewöhnungsphase, vor allem bei Hassel, es ist ja eigentlich, sind es kein Kuscheltier und so, das ist eigentlich nicht gross. Und du musst dich so langsam dich anfreunden, bis sie dir vertrauen und so. Ja. Man projiziert natürlich auch tausend Sachen rein, gell? allgemein bei Tieren, auch bei Hunden und so. Die Leute haben voll das Gefühl, es sind gewisse Sachen, die gemacht werden, sind aus irgendeinem Grund, weil man es so wie selber dann rationalisiert. Aber es ist... Und man projiziert die dann auch. Mega. Ah, da. Mega, man hat mega das Gefühl... Der Hund, der Hund ist fremd gegangen. So, was, wieso? Ja, ich habe so ein Gefühl. Nein, oder so, weisst du, wie schnell sie einen mögen, dann hast du wie das Gefühl, wenn du zum Beispiel im Wald würdest spazieren und ein Vogel würdest auf dir landen, dann hättest du voll das Gefühl, du bist so ein Auserwählter. Weisst du, weisst du, hast irgendeine Aura dabei. Du stinkst vielleicht und das ist einfach so wegen dem Geruch auf dich gekommen. Gut, es könnte auch eine Aura sein. Ja, es könnte auch eine Aura sein. Es ist noch eine... Speziell. Ja, ja, eine olfaktorische Aura, wo... Du nennst Parfum so. Aura. Ah, ja. Aura. Aura. Und das ist der Werbenspot, wie du oft so... Kennst du alle die, weisst du, Johnny Depp in der Wüste mit dem Wölf? Hast du das mal gesehen? Das schlimmste Parfum-Werbe. In der Wüste mit den Wölf? Hast du in einer Wüste und er hat eine E-Gitarre natürlich. Wie so auch immer. Und dann sagt er so In the Wilderness. Irgend so. Und dann fährt er so irgendein ganz schlechtes Gitarren-Solo machen. Und es kommen oft so alle Wölfe kommen. Und am Schluss ist es halt was es auch immer ist. Weisst du auch nicht? Sauvage. Parfüm, oder was? Ja. Parfüm-Werbigen sind die... Eben. Und das war doch die perfekte Werbung. Es ist wirklich Sauvage. Kannst du ein Standbild finden? Sind es Koyote oder sind es Wölf? Oder vielleicht ist es eine Koyote. I don't know. Einfach von der... Kannst du mal ein Bild finden von der Warbung effektiv vom Warbenspot? Oder sprich, man schaue sie einfach. Man tue sie einfach nicht einblenden. Die musst du schon schnell schauen. Gibt es nicht so fair use oder so? Wenn du es kommentierst dann darfst du es zeigen. Es ist sehr schwierig. Sie tue es einfach pflegen und dann ist es weg. Nicht zu laut. Nicht zu laut. Achtung. Nein, das ist eine Review. Das geht irgendwie neun Minuten. Das ist ja eine Katastrophe. Nein, mach das weg. Mach das weg. Es ist wirklich nur... Wahrscheinlich ist das hier. Scheint das. Es ist wirklich eins, wo man Gitarre spielt. Nein, nein, nein. Suchst du es zuerst mal, bevor du alle abspielst. Dann lügen wir noch mal. An Eagle cries. Und wenn man die Seite ist, mit dem Wölf und der Coyote, keine Ahnung, dann spielt sie Gitarre und am Schluss ist das. Und dann habe ich jetzt gedacht, so wie ein Vogel, du läufst durch den Wald, oder? In nature. You hear the birds. Hast du es gefunden? Doch nicht. Das ist ein wirkliches Wölf. Okay. Das ist schon etwas. Ja, ja, da geht's, da geht's. Elixir. So, dann kommt er auf einmal so. Äh! So ein Vogel und so. Aura. Ja, das ist so. Aura by Cenk. Finde ich gut. Ja. I would like it. Okay. Mit Haustier Zeit verbringen. Das haben wir gesehen. Ja, mega. Mega. Das ist wirklich... Ich bin viel allein, spazieren und planen mit so einer Compagnie und eben hier. Das ist... Keine Ahnung. Das ist so eine Band, die man mit Menschen nicht haben kann. Es ist völlig... Unfalleingenommen. Mega dann klar. Auch opportunistisch. Also weisst, wenn du ihm jetzt drei Wochen würdest essen gehen, der würde auch nicht unbedingt zurück zu mir. Yeah. So jetzt bei meinem Hund. Aber es gibt einem einfach irgendwann... Ja, so ein... So ein Band, das einen verbindet. Und... Er hat so seinen eigenen Charakter und es ist... Ja, es ist so eine Freundschaft, wie man es sich noch wünschen kann. Der... Der... Wie hat der Golden Retriever geheißen? Unser? Ucci. Wie? Ucci. Ucci. Also Ucciar ist so ein türkischer Name, aber Ucci ist so sein Spitzname. Ich bin mit einem... Ich habe mit einem geschafft, der hat Ucciar zum Nachnamen geheißen. Ah, ok. Ja. Was heisst Ucciar? Ähm... Frei übersetzt der, der fliegt. Der Fliegende. Ok. Der Ucci. Wie alt bist du gesehen, was du dann gekriegt hast? Ähm... Ich glaube... 20, so. Ah, erst, ok. Ja, ja. Wir haben mega spät erst. Ich habe mir mein Leben lang einen Hund gewünscht. Ja. Dann hat meine Schwester irgendwann gefunden, einen Hundzack haben wir einen gehabt. Wow. Nein, es ist mega lang gegangen. Wir haben mega lange... auch nicht können... Hätten nicht können schauen und so. Das war schwierig gewesen. Und dann... Ja, irgendwann ist er plötzlich zuhause als Welpe. Mit einem Nuck im Mund und so. Mega herzig. Als Welpe sind Golden Retriever wirklich... Du schmilzest da ein, wenn einer siehst. Ja, und vor allem, du hast das Gefühl, sie bleiben Welpen. Sie sind einfach immer gross, oder? Es ist ja wie der... Es ist kein Golden Retriever gewesen, aber ich meine, der Beethoven-Film, den haben ja alle gesehen als Kinder. Der Bernardino? Ja. Der Bernardino, der zuerst so klein und dann ist er so gross. Der kommt ihm alle an und alle Menschen fallen um, weil er so gross ist. Das ist aber geil. Hunde haben so eine Tollpatschigkeit und so eine Dummheit an sich. Und das finde ich mega sympathisch, einfach, dass sie so naiv sind. Ja, ich meine, meine Mutter und ihr Mann, sie haben drei Hunde und zwei davon sind Schweizer Sennenhunde. Nicht Berner Sennenhunde, sondern die heissen Schweizer Sennenhunde. So, und die haben jetzt wenige Fälle. Ah, sind das jetzt Golden... Golden Puppies. Golden Puppies. Oh my god. Jesus, nein. Das ist wirklich... Mega herzig. Such mal nach Schweizer Schweizer Sennenhunde. Die werden schon noch recht gross, gell? Die sind nicht ganz... Die sind riesig. Die haben wirklich... Deiner Kopf ist grösser als deiner. Wirklich. Noch grösser. So. So fangen sie an. Genau. Und dann haben sie halt auch den Ersten, den Pollux, der war auch mal so klein. Und dann wächst er und wächst und dann kommt er aber immer noch so am Tisch, kommt er so auf dich, weißt? Und du hast wirklich einfach so recht heisse viel. Uns auch, wenn du am Boden gehockert bist. 60 Kilo oder so. Wenn du am Boden gehockert bist und einen Schneidersitz gemacht hast, ist er dir immer in den Schoß gekommen. So als kleiner. Yeah. Und als gross einfach immer noch. Er ist wirklich schon so 7 oder so. Und du hochst am Boden und er kommt mit beiden Beinen und steht sofort und hat das Gefühl, er sei immer noch das Baby. Das ist so herzig. Mega. Okay. Und jetzt hast du keine Haustier? Nein, es ist sehr, sehr tragisch natürlich, das Ende immer. Bei Hunden ist das halt so. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Aber wir sind am liebäugeln und wenn sich gewisse Sachen, die Umstände und so ergeben, dann würde ich sehr, sehr gerne wieder einen haben. Das Gute ist ja, dass jetzt in der Comedy-Szene mir Fabio und Büssi gezeigt haben, dass es möglich ist, ein Hundes Haar. Ja, mit einem Schoßhund, ja. Mit einer gewissen Grössi ist es machbar. So, oder? Ich finde zum Beispiel Maltipoos, finde ich super. Was? Maltipoos. Malteser und Pudel? Okay. Weil, eigentlich kannst du das Bild nehmen von dem Golden Puppy und sie sehen eigentlich so aus. Ah, wirklich? Ja. Kannst du mal Maltipoos? Schau mal an. Oh mein Gott. Ah, okay. Mega her. Es gibt ja auch irgendwie so Elaborate Doodles. Yeah, yeah, yeah. Bolden Doodles und so. Die sind mir auch, die habe ich auch schon angeschaut. Okay, das heisst, es sind so ein bisschen am Schauen, aber nichts Definitives. Nein, nichts Definitives. Also, was mich mega würde reizen, das wäre jetzt so die verschiedenen Hirtenhunde Arten, die es gibt. Also, so ein Schäppchen, ein Australian Shepherd. Ist mega krass. Mit dem musst du wirklich ein bisschen Platz haben und Raum haben und auslaufen. Aber was hast du jetzt eigentlich? Ja, also jetzt sind wir ein bisschen ländlicher. Jetzt wäre für mich eh perfekt, weil tagsüber kann ich und dann am Abend kommt Inga heim und dann können wir es so machen. Oder was gibt es noch? Ah, jetzt habe ich die Trasse vergessen. Ähm. Auch wie Australian Shepherd, aber so schwarz-weiss. Wahrscheinlich auch ein Shepherd, oder? Ja, vergessen. Ja. Ich habe ja, als Kind hatte ich Angst von Hunden. Ich auch. Bis ich erwachsen war. Ja. Ich bin auch immer gejagt worden. Ja, mir hätte mal einen in den Arsch bissen. Ah. Ja. Und es ist wirklich in meinem Kopf, ich habe das nicht zusammenkriegen, weil bei The Mask mit dem Jim Carrey hat er ja einen Jack Russell. Ja. Wo Milo heisst. Ja. Der ist so cool. Genau. Und du liebst den Hund. Ja. Oh mein Gott. Und der Jack Russell hat mir, als ich sechs war, in den Arsch bissen. Oh nein. Und das war wirklich meine Mutter, meine Schwester und ich. Wir laufen so. Gerade vor dem Haus, wo wir gesehen sind, hatte es gegenüber einen Kaffee und wir laufen an dem Kaffee vorbei und die Besitzerin, und logischerweise, es ist dann aber klar gewesen, die Besitzerin hat wahrscheinlich zu wenig auf den Hund geschaut, weil sie hat ihn einfach konstant draussen an so einer eineinhalb, zwei Meter Leine angebunden gehabt. Und sie hat das Kaffee betrieben. Mhm. Und wir laufen dort vorbei und der gumpt so aus dem Nichts, so hinter einem Blumentopf, gumpt er mir so an die Brust, oder? Und ich verschicke mega. Ja. Und dann... Mit sechs, ja. Und dann renne ich weg. Und die Leine ist genug lang gewesen, also man hätte hinterher rennen können und dann hat er halt so, einfach wirklich, hat mich voll in den Arsch gebissen. So. Und meine Mutter ist komplett ausgerastet. Wir sind gefunden, wenn es bei meiner Schwester passiert wäre, wäre ich ihr Gesicht gesehen und so, weißt du so, oder? Und dann hat er auf eine Polizei posten müssen. Wir sind gefunden, sie macht jetzt eine Anzeige. So, oder? Und dann hat sie vor dem Polizist, dann hat sie, schau sie da, so, dann hat sie so meine Hose runtergezogen. Oh mein Gott. Dann hat sie angezeigt mit dem Bisswunder. Da, ins Foto, der Bisswunder. Und dann hat sich herausgestellt, dass es irgendwie nicht der erste Fall ist, und so, oder? Und nachher ist es dann auch viel besser gewesen, weil wir haben ja dort gewohnt, und nachher hat sie irgendwie mehr zu dem Hund geschaut, weil sie, glaube ich, auch gecheckt hat, dass das so nicht geht. Du kannst nicht oft sagen, ich habe einen Hund wie eine Kaffeemaschine, oder keine Ahnung. Kauf ich mal, und da ist sie jetzt, wenn ich es brauche, brauche ich es und sonst ist es einfach weg. Und darum hatte ich immer Angst vor Hunden. Ja. Mega lang. Ich habe auch wirklich, die ganze Kindheit auch als Kleiner, eben so durch, keine Ahnung, durch irgendwelche Perke gejagt worden. Und wenn du rennst, ist es halt noch schlimmer. Ja. Ich müsste ruhig bleiben und so. Und dann, irgendwann hatten unsere Nachbarn Hunde auch zwei Jack Russells. Oder drei, glaube ich sogar. Und so, bei denen habe ich dann gepennt und so vor dem Chemie eingekuschelt mit allen Hunden. Ja. Das ist ja, nein, das gibt auch wirklich, ja, so eine, das ist eine schöne Beziehung zu dir, finde ich. Mega. Vögel zum Beispiel, könnte ich nie haben. Wirklich? Ich finde das mega komisch, wenn man einen Vogel bei sich hat und so eingesperrt im Käfig, das ist, so eins der freiesten Tiere, so Vögel und Fisch, habe ich nie verstanden. Du kannst nicht viel mit ihnen machen, also es gibt schon Vögel, die dann stinkt. Aber ja, wenn du so weißt, aus dem Amazonas irgend so einen Papagei bei dir hast, fühlst du dich doch so ein bisschen, ja. Ich würde es nicht selber haben wollen, aber ich liebe, ich liebe auf, auf, auf Insta und so, ich liebe Videos. So die redenden, tanzenden Papagei, die sind ja, und die haben ja auch Spass und so, es geht ihnen gut, es ist nichts Schlechtes, aber einfach, weil sie es nicht anders kennen. Ich habe gerade eins gesehen, wo wirklich so, es steht so, 7am, und es ist einfach so, ich glaube, es ist ein Papagei, und dann macht er einfach so, die ganze Zeit, so mit dem Wecker, und der andere sagt, hi babe, hi babe. So gut, so gut. Du kannst jetzt wirklich reden, es gibt Leute, die haben so bei den Hunden das Gefühl, sie können reden, wenn du irgendeinen Husky, kennst du die, I love you, und danach, der sagt so nicht, I love you, aber, aber geil sind ja die Pats, die sie jetzt haben, wo sie irgendwie können, mit den Königspudeln, eine. Sie können drücken, was sie sagen wollen, oder? Go outside, oder so, nein, wir gehen jetzt nicht raus, oder? Sad. Mega cool, aber es gibt eine, wo zuhause eben so, so ein Königspudel, oder irgendetwas, so richtig grosse Pudel, und der hat irgendwie 70er Knöpfe, oder so, am Boden mittlerweile. Und es gibt so Videos, wie sie, wenn er einfach am Abend runterkommt, eigentlich schon bezit gewesen, er kommt da runter, und dann drückt er so blam, irgendwie Pah, weißt so, und dann, ein Pain, und so. Nachher kommt sie, und schaut so seine Pfote, und er hat wirklich so ein Ding in den Pfoten. Oh my god. Und dann denke ich, wie crazy ist das, und weisst, wie viel bewusster sind die Tiere, als wir das Gefühl haben? Ja. Und dann fangst du auch komplett anders über Tiere an zu denken, und auch über die Landwirtschaft und alles. Was, wenn die alles checken? Ja. Das checken wahrscheinlich schon viel. Aber immer wirklich so, spezifisch auf diese Dinge, wie kommst du auf die Idee, ihnen das Beatz zu bringen, und dass es dann auch funktioniert. Ja. Also bei den Gorillas, und so wie dem einen, wo der Bill Burson ein geiles Bit darüber hat, Coco, oder so. Was hast du denn gesagt? Der Gorilla, der wirklich reden konnte mit Zeichensprache. Ah ja? Und dann sagt er so, es ist mega berührend, mega geil, und super interessant, dass du das kannst. Aber haben die dann auch nicht mal gefragt, so, so, do you wanna get the fuck out of here, und so. Weil das ist immer der Gedanke, den du denkst, der lebt einfach in Gefangenschaft, und der auch, ja. Vor einem halben Jahr, habe ich eine intensive Orang-Utan-Phase wieder gehabt, weil ich liebe Orang-Utans, aber ich liebe leider etwas viel zu spezifisches, nämlich wenn bei Orang-Utan so, es ist, heute geht es überhaupt nicht mehr, aber es hat so einen Film gegeben, irgendwie aus den 90ern, der heisst Dunstan, Dunstan in the Hotel, oder irgendwie so. Und es ist halt so, weisst du, so die Zeit gesehen, weisst du, wo so alle die, Kevin, Home Alone, all das Zeug, wo einfach so die Kinder-Filme, und eben, du hast immer noch die gebraucht. Und dort ist die Geschichte gesehen, der Dunstan ist eine Art Keimdetektiv. Keim vor allem. Ja mega. Sehr unauffällig unterwegs mit seinen... Und zwar mit guten Schauspielern, Rupert Everett ist sein Chef sozusagen, und er hilft ihm, nicht Detektiv, Kai Magent sozusagen. Dann kommt er so ins Büro, seine Mission abholen und so. Quasi. Harry das schnappt. Nein, er will in einem mega schicken Hotel in New York, will er Leute beklauen. Und das macht natürlich der Dunstan für ihn, oder? Aber du merkst, der Dunstan hat aber gar nicht so Bock, das zu machen. Und ein kleiner Bub freundet sich mit ihm an, und so, oder? Und, äh, ich hab mal den letzten Sommer, als ich in Paris gewesen bin, hab ich mir da geschaut, mir überlegt, ob ich ein Bit aus dem machen kann. Weil eben früher einfach so, die Affe einfach, es hat ja auch meinen Freund, unser Freund Charlie, oder wie das geheißen. Und ich halt auf, ich find nichts lustiger, wie einfach Orang-Utan, die etwas menschliches machen. Es gibt ein Video von einem Orang-Utan, wo eine Golfkarreli fahrt. Fahrt? Ja. Wow. Fahrt oft so. So, ich verrege auf dem, oder? Und die Trailers für den Dunstan sind auch so gesehen, wenn er irgendwie so eine Gun hat. Und es gibt eine Szene, wo er im Spa eine massiert. Weisst du so, oder? Und ich find das, ich find das super lustig. Aber ist es nicht gefährlich, wenn man mit dir so Sachen beibringt? Doch, natürlich. Weil dann sagt er ja nicht, okay, Kat, es ist vorbei. Sondern wenn der irgendwo ein Gun sagt. Es ist alles schlimm. Es geht alles nicht, oder? Schon krass. Oh mein Gott. Und danach sind Janik und ich haben jetzt die Nacht. Und irgendwie ist das Gespräch irgendwie auf, ich weiss nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber vom Basler Zolli ist ja Orang-Utan irgendwie in einer anderen Zolli verschifft worden. Und die eine Frau hat dann die Nacht gefunden, sie sich da immer besuchen. Jeden Tag war sie etwa eine Stunde sie sich da besuchen in Basler Zolli. Eine Beziehung aufbautlich. Der Ong-Ba heisst er. Okay. So. Und danach hat Janik gesagt, du findest doch Orang-Utan auch so toll. Und ich dachte so, Joab, ich kann jetzt nicht austauschen. Findest du ja lustig, wenn sie rauchen? Wow. Ja. Findest du ja mega geil, wenn sie eine Ganne in der Hand haben und dann auf ein Goldkarreli steigen. Das kannst du wirklich nicht mehr bringen. Das ist schon krass. Ja, richtig krass. Aber ja, hast du leider nicht so gut gesehen, der tanzt den? Du meinst nicht den Film? Der Film, ja. Ja. Jason Alexander ist quasi die Hauptrolle, er ist der Hotelmanager. Mhm. Also wirklich gute Schauspieler. Und Dings ist noch der Beat, Fade Unaway. Also wirklich so, recht gute Namen. Das ist einfach die Geschichte von einer Orang-Mutter in einem Hotel. Hey, nein. So, also. Von dir kommen wir zu deinem nächsten, äh, zu deinem nächsten, äh, Free Willy ist er noch so. Nächster, viel gut zu sagen. Free Willy, oh mein Gott, ja. Ja. Salana, ey you. Ah, Jesus. Ich hab das geliebt, der Film. Was auch schräg ist. Ja, aber es ist eigentlich schon, unsere, unsere Kindheit ist halt schon noch begleitet, etwa von so Filmen, wo du heute sagst, das könntest du nie im Leben mehr machen, oder? Ja. Lassi und so. Ja. Also. Black Beauty. Black Beauty ist was? Das ist ein Rossgesehen. Ah. Nein, nicht so mein. Ja. Aber es ist so krass, so viele Filme gehen darum, weißt du, dass die Tiere nicht in Gefangenschaft sind, aber es sind alle gedreht mit Tieren in Gefangenschaft. Es geht aber okay. Der Free Willy ist ja gestorben, glaubens so, in Gefangenschaft. Auch, dass die Rückenflosse sich so bügt, hat auch irgendwie mit Depressionen oder so etwas zu tun. Wirklich? Ja, anscheinend. Ach du Scheisse. Ach Gott. Es ist echt total traurig alles. Es ist so, jetzt bist du frei. Und jetzt bist du wieder gefangen. Cut. Wieder reinziehen. Cut. Also, gehen wir zur nächsten Sache. 3 und 15 sind aus. 3 und 15 sind aus. Dann machen wir doch jetzt einmal das 2. Kochen. Wirklich? Ja. Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Oh, ja. Ja, Kochen ist wirklich, also vor allem die Sachen, die ein bisschen länger gehen, wo man sich die Zeit nimmt. Also, weisst du nicht so, ich muss jetzt schon mal besessen, sondern Sachen, wo man sagt, jetzt mache ich einen ganzen Batch Bolognese zum Beispiel. so, dass man, oder Goulage, oder so etwas, wo lange kochen muss, wo man ganz viel Vorbereitungsschritte hat. Oder irgendwelche Teigsachen selber machen und so. Das ist, ja, das ist so. In der Pandemie habe ich angefangen mit ein bisschen Teig. Teig machen? Ja, also Brot und Pizza zum Beispiel. Ich habe so lange gebraucht, bis ich mal eine anschneidige Pizza hinbekomme. Hast du auch Hefe, Hefe gehortet? Hey, ich bin jetzt noch keine Hefe mehr geben. Ich habe immer zu Trockenhefe umsteigen, dann hast du ganz andere Masse, vom Schnee, wo ich auch nicht so im Griff kann zuerst. Ja, man, Hefe ist einfach ausverkauft gewesen. Okay, Pizza, hast du deinen eigenen Pizzateig schon gemacht? Ja, schon ganz viel, auch viel daneben. Und das ist so etwas Spezielles. Es ist so einfach, also simpel, sagen wir. Aber nicht einfach. Es ist wirklich, es hat so viele Faktoren, die du nicht steuern kannst. Mit der Temperatur, so ein bisschen das eigenes Leben, der Teig. Jedes Mal wird er etwas anders. Und eigentlich musst du wirklich 50, 100 Teig machen, bis du merkst, okay, du musst es eigentlich sehen und spüren, wenn er richtig ist. Du kannst nicht einfach sagen, die und die Zutaten und dann ist er immer richtig. Ja, das hat mich, man überlegt es sich ja nie so im Detail. Das hat mich so überrascht, als ich in einer Pizzeria bin, in Basel, wo neu aufgegangen ist, mit einem Kollegen von mir, der selber Koch ist. Das heisst, er hat irgendwie den Chef dort gekannt und wir sind einfach zum Mittag, bla bla. Und dann kommt der Chef und dann haben sie halt so ein bisschen, so ein bisschen wie interne Talk gehabt. Und dann hat er auch einfach erzählt, ja, weisst du, das ist wirklich, heute hat er gesagt, heute ist sie recht gut gekommen, die Pizza, oder? Hat es einfach geschmeckt, wir sind mega fein gewesen, wow, oder? Also heute ist sie recht gut gekommen. Und dann hat er halt gesagt, einfach die Unterschiede von, jeden Tag, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, und das sind alles so, napolitanische, Spitze, Pizza, Pizzaioli, so, oder? Und eben, der muss dann auch noch perfekte Tage haben. Nur schon von deinen Händen, Temperatur, und so, das ist alles. Und sie sind wirklich, du schaust zu, und es ist alles genau gleich, jeden Tag, und trotzdem kommt es immer ein bisschen anders raus. Weil es halt eben so ein Mikroorganismus ist in sich. Ja, das ist wirklich eine mega Wissenschaft für sich, Und aber es gibt auch ganz viel Philosophie, eben napolitanisch, ist das das eine. Dann gibt es die römische Pizza, die eben nicht so weich ist, sondern so ein bisschen steif, ein bisschen mehr New York slice-mässig. Mega geile Welt, aber sehr, ja, komplexe Sachen, zum vor allem zu Hause machen. Also mit dem Ofen, den du zu Hause hast, schaffst du es gar nicht. Hast du noch keinen Pizzaofen? Nein. Okay. Aber das ist auch ein Traum von mir, wenn ich irgendwann mal ein Haus habe mit dem gross genug gegart, wo die so kleine, so ein, so ein, wie sagt man noch, so ein Häuschen bauen, wo du so den Ofen drin hast, so eine Küche und so eine kleine Taverne machen. Eigentlich. Da fällt mir auch gerade eine Bitte von Kevin Hart. Ah, mit dem Seinfeld. Seinfeld. Ja, der so beim Seinfeld geht essen und dann sagt, we have a Brie-Oven-Pizza. Und irgendwie, er ist die einzig schwarze und alle wissen dann so, yeah. Hey, 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 hey. Und dann fühlt sie so aus, so chanten so, bap, 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 bap. Brie-Oven-Pizza. Brie-Oven-Pizza, bap. Und dann hat er sich das auch gewünscht und so. Genau. Und dann schießt es so an. Und dann fühlt sie so, ich will das auch. Und dann lässt er sich extra auch in so einer Pizza-Aven bauen und dann hat er aber nur schwarz über sich an die interessierten Scheinen. Und dann sagt, come on everybody, bap, 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 bap. So lustig. Das ist so gut. Ja. Aber das verstand ich. Aber es gibt ja jetzt mittlerweile auch so kleine, wo du ja auch von dir kennst. Ja, wo mit Gas sind. Wo du so ganz schmale Öffnungen hast und so. Die eben so eine Wände, dann würde ich auch so eine nehmen, weil so ein grosser Pizza-Ofen ist wirklich nur, wenn du regelmäßig ganz viele Sachen im Ofen machen willst. Ja. Und für mich wäre es so ein bisschen eine modulare Küche, wäre wahrscheinlich besser, weil ich kann auf dem Teppanyaki-Grill einfach das Pizza-Ofen hererstellen, wenn ich will. Und sonst könnte so ein bisschen Platz sparen und auch noch eine Verschwendung von Ressourcen mit mit etwas, die du nachher nicht mehr brauchst. Wie so ein Fitnesszeug, das im Keller steht. Und einfach gekauft hast, weil du denkst, ja jetzt. Ist das auch Corona-bedingt gewesen? Nein, das habe ich erst letztes Jahr. Okay. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben im Keller und jetzt habe ich ein bisschen dort angefangen, so eine Mathe und so eine Bench und so. Ich kann nicht ins Fitnessstudio. Du hast verstanden. Ich kann das nicht. Ich fühle mich so komisch. Das verstanden ich. Das schaffe ich auch nicht. Wirklich? Auch da, wenn ich da hochlaufe, sehe ich immer Leute. Und ich bewundere das, dass man das kann. Einfach in einem Raum mit fremden Leuten anstehen. Und ich könnte gar nicht an die Grenzen gehen, wo du musst. Ja. Und auch an die Erschöpfungslimiten, die du erreichen musst. Ja. Ja. Wie sagt man dann? Aber ich glaube, bei dem Punkt sind Fitnessstudios ja auch falsch aufgebaut. Meiner Meinung nach, sollte ein Fitnessstudio nicht 37'000 Spiegel haben. Mhm. Sollte nicht mega hell sein. Ja. So eine kleine Kamera eigentlich, wie so ein grosses Raumbüro, wo du ein bisschen deine Privatsphäre nach hast. Ja. Und der Punkt ist ja irgendwie, ich habe immer das Gefühl, die vielleicht fünfmal in meinem Leben, wo ich in einem Fitnessstudio bin, habe ich ein schlechtes Gefühl gekriegt, weil ich natürlich nicht so ausgesehen wie die. Und weil ich das Gefühl habe, alle die, die so aussehen, schauen mir an und denken, was machst du da? Ja. Obwohl es genau das Umgekehrte sein sollte, dass man das Gefühl hat, ah mega geil, schau jetzt, die Person kommt und dann hilft es halt auch, nicht, dass nachher der 80-Jährige neben dir sich nackt irgendwie noch unter die Eier föhnt. Ja, ey, die Kabine-Sache. Die, die gar kein Gespür haben. Und auf so einer umgekleideten Kabine einfach nackt rumlaufen und dann mal den Föhn auspacken und du sagst so, will ich irgendwie auch nicht dazugehören. Ah ja, vom, vom, weisst du, du hast noch das Fitness gehabt und noch das Wellness gehabt, hast du dazu? Darum habe ich es überhaupt gemacht. Ja, wie geil. Und dann, darum sage ich fünfmal und viermal davon. Da habe ich gar nicht die Fitnesszone gesehen. Ja. Und dann bin ich auf so einem Wasser gelegen. Ja, mega. Dann hast du so die Girls, die so mega gestylt dort hineinkommen und du bist so voll im Gammelding und sie so geschminkt und so, wo du denkst, du kannst gar nicht schwitzen. Wenn du jetzt anfangen zu schwitzen, dann schlussst du wieder Joker am Schluss und dort ausläuft. Ja. Ich bin einmal mit einem gegangen, wo die ganze Zeit geht, weisst du, wo jetzt fünfmal in der Woche geht. Mhm. Und dann hast du irgendwie so deine Kartei, weisst du, mit deinem Trainingsplan. Und dann ist er ganz stolz gewesen. Schau, ich mache es immer zu vorderst dahin. Und meistens, wenn ich komme, ist es immer noch zu vorderst. Weil sonst nimmt ja jemand seine Kartei raus und macht sie dann einfach wieder irgendeinem Namen. So, oder? Und dann bist du so, okay. Das ist wirklich mega oft dort. Und dann hat er mir irgendeine Übung gezeigt, wo man so am Boden liegt und dann musst du sie so raufziehen oder irgend sowas, oder? Und dann hat er irgendeinen Fremden und auch wirklich gesagt, also jetzt musst du so richtig mit Druck so rauf. Und ich so, beim allerersten Mal einfach aber sofort, oder? Und ich so, so. Und dann so, ja mega so. Und der rechts von mir hat es komplett verblossen. Nur noch am Lachen gesehen. Und das ist dann auch so ein Gefühl, wo du so findest, yeah. Ja. Hast du jetzt lustig gesehen? Aber ich glaube, eine Woche noch habe ich die ganze Fremdscham für mich in dieser Situation verspürt. Verstehe ich. Verstehe ich. Ich habe es so, ich bin auch nicht so, einfach kein Sport und ich bin einfach nicht warm miteinander. Ich habe, das letzte Mal, als ich hier im Fitness gewesen bin, weiss ich noch, bin ich so bei den Beinen trainieren. So das Einzige, wo ich noch ein bisschen Gewicht anbringe. Da ist Fussball gespielt. Und dann denke ich so, gut, da bringe so mein eigenes Körpergewicht. So 80 Kilo. Ich kann so stossen. Dann bin ich aufgestanden und bin voll, ist mir richtig drömmlig geworden. Und ich bin falsch umgekippt, bin so hangelegen mega lang. Dann aufgestanden und ich so, nein, ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. Und so, dann bin ich wieder her und habe noch so Bankdrücken gemacht. Mit irgendwie so 20 Kilo da und 20 da, wirklich nichts. Ich bin fast gestorben, mich hätte einer müssen retten. Und ich habe es einfach, kennst du, wenn du es nicht mehr raufbringst? Und das ist so freischwebend und so. Und ich habe wirklich eine halbe Minute das auf mir rum versucht wegrollen und irgendwann ist einer gekommen und hat mich so gerettet. Und er so, du musst vorher fragen und so, frag die Leute, die helfen sich gegenseitig. Du kannst mich spotten. Ja, spotten. Genau. Dann steht er so hinter dir mit den Eiern direkt über deinem Kopf und du musst so, du als wirst es nicht sehen. Gut, aber es ist auch, in deinem Fall ist es auch eine sehr dumme Idee, dass du, dass du findest, ja, schon nur Beine, das ganze Blut von deinem riesen Kopf ganz runter schickst und dann wird er drüben. Ja, aber du liest auf dem Rücke eigentlich am Boden und dann du es so drauf. Nein, das ist wirklich etwas, wo ich mir irgendwann auch dumm vorkommen bin. So auf dem Laufband oder auf dem Velo, wo du dich einfach nicht bewegst. Und jetzt hast du den High-Fitnessgerät, den du nicht brauchst? Ja, ich kann es noch nicht so lange, aber ich habe mich so ein bisschen langsam anfreunden und ich habe mir vorgenommen, nie einen Tag machen, wo du es machst, dass es sich schlecht anfühlt. Ja. Sondern immer, solange es sich gut anfühlt, höre ich wieder auf. Okay, gut, dann wieder ein bisschen mehr und dann wieder ein bisschen mehr und so würde ich mich reinsteigen, dass es immer nur positive Erlebnisse sind. Ja. Und nie irgendetwas Negatives passiert. Gut, das ist ja nicht ganz das Motto, das der Schwarzenegger hatte. Nein. Er hat immer gesagt, erst wenn es weh macht, dann musst du... Ja, genau. No pain, no gain und so. Das ist ja auch so... Hast du einmal geschaut? Nein. Pumping Iron? Nein. Aber ich komme auf YouTube immer wieder so, wird immer wieder... Oh mein Gott, die eine Szene ist so geil, wo er erklärt, das... Er sagt immer so, »when the blood rushes through your veins« »when the blood rushes through your veins« »it's a great feeling« »it's like coming« »and it's great« »because I can come everywhere« »I can come at home« »I can come at the gym« »w god » söy see that » without getting가지고시는« »was weh? Er hat wirklich... »70, or 1973 hat das gift« »when the blood rushes through yourbeiten« »it's a great feeling« »it's a great feeling« »it's like coming« »it's like coming« »it can come everywhere« »I can come everywhere« Das ist schon etwas, was mich bewundern, auch »goggins« und so. Denn so... 34 Stunden rege ich jetzt, einfach... Aber ich kann mir einfach so, ich kann mir gar nicht so viel »inspiration � Perez« weil ich denke, aber du bist einfach schon mal komplett anders, keine Ahnung, ich weiss nicht, ob es genetisch ist oder einfach sonst krankhaft antrainiert. In dem Punkt schaffe ich das gar nicht. Es ist so weit von meiner Welt, dass ich nicht Inspiration sehe von einem Goggins, der irgendwie sieben Tage am Stück rennt und so. Weisst du, wie ich meine? Es hat nichts mit mir zu tun, nicht mal ansatzweise. Finde ich auch. Man muss halt irgendeine Besessenheit haben und wir sind halt besessen mit dem und wir mit Wörtern und anderen. Ja, und dort merke ich es ja dann auch. Also weisst du, wie ich dann auch irgendwie, ich glaube, der Landert hat das mal gesagt, du bist so ein Straber in der Comedy. Nein, ich bin noch nie in meinem Leben in irgendetwas ein Straber gewesen. Aber wenn das deine Passion ist, dann brauchst du auch nicht die Inspiration von einem, der sieben Tage am Stück rennt, sondern dann hast du die für dich und dann ist die Motivation ja eigentlich, dass ich jede Setliste archiviere und ein Datum und so, so, das eigentlich strabenhaft mache. Mega. Ich kann einfach noch nie in irgendetwas mir so viel Mühe geben, wie in dem, was ich jetzt machen darf und so Spass machen. Du vergisst Essen, du bist voll in der Zone und wenn du irgendwas gemacht hast und das ist fertig, findest du, okay, jetzt mache ich eine neue Version und du gehst einfach komplett alles verrühren und machst alles nochmal. Ich bin sonst so ein Minimalist, wirklich. Alles, was ich mache, ist so auf Effizienz aufbauen und nicht ein Meter mehr machen, als man müsste. Und alles über Zoom, ja, ja, weisst du, wenig Bewegung, wenig Weg, wenig Zeit aufwenden für irgendetwas, aber bei dem bin ich voll besessen, Mann. Das ist wirklich, das lässt mich nicht los, ich kann nicht anders als, ja, das ist wahrscheinlich bei denen dann auch so. Im Sport vergessen sie sich, fühlen sie sich voll im Flow, haben das Runners High und so Sachen. Ja, und ich meine, es ist ja auch eine klare Sucht erkennbar, weil ich kenne, also wirklich, es gibt sogar viele Leute, weisst du, wo irgendwie, keine Ahnung, sagen wir, eine Alkoholsucht haben oder eine sonstige Sucht in irgendeiner Art und Weise. Und wenn sie die aufhören, fühlen sie die ansetzen und eben dann fühlen sie an den Marathon rennen oder sowas. Also, dass irgendwie halt einfach die Suchtverhalten muss einfach mit etwas im Ersetzt werden, wo wenigstens gesünder ist, als das, was du vorher gemacht hast, oder? Aber wieso, du bist schon ein bisschen so ein bisschen vertratet in die Richtung, dass es so ein Suchtmensch bist, dann brauchst du einfach etwas anderes, wo dann... Ja, aber jetzt sind wir vom Kochen, sind wir jetzt deutlich weggekommen. Ja, das stimmt. Wie, 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 wie bist, wie bist du persönlich aufs Kochen gekommen? Also, wie hast du Bock gekriegt zu kochen? Ähm, Ferien in Toskana gemacht. Mhm. Und das ist wirklich so ein bisschen ein Feinschmecker-Ecke von der Welt, so, wo, wo man wirklich den Genuss und das, äh, weisst du, das Dolce Farniente und so, dass das auch gemütlich ist. Das ist, boah, ich denke mal 2014, 15, 16, dort umeinander. Und, äh, wirklich eine mega schöne kulinarische Reise gemacht, in so einem, äh, mega abgelegenen Agriturismo-Ding, wo, wo, wo einfach, ehemaliger Bauernhof, und, äh, alles ist auf dem Land, wo sie haben, abpflanzt, und du gehst da, da gut pflücken und, und kannst in deiner Küche, im, im, im Häusli, selber das Zeug machen. Mhm. Und dann musst du mal anfangen, selber Sachen einkochen und lang garen und blauen. Erstmal schätzt du es viel mehr und zweitens ist es einfach ein Geschmackserlebnis, wo du, dann, ja, so ein bisschen, äh, also nicht Adrination, also einen Endorphin-Schug bekommt. Und so ein mega Glücksgefühl empfindest beim Essen. Mega. Und ich habe, ich habe, äh, ich habe Theorie, dass kreative Leute grundsätzlich einfacher kochen können, im Sinne von, es fällt ihnen einfacher zu kochen, als nicht kreative Leute. Ich bin mir, ich bin mir erstaunt, habe Menschen, die nicht kochen können. Weißt du, einfach so nicht, sie sagen, geht nicht. Und es sind meistens nicht die kreativsten Menschen. Mhm. Weil irgendwie, es ist eine kleine... Es ist ja auch eine Kunst halt. Es ist ja auch eine Kunst. Genau, so ein kleines Gespür, irgendwie noch muss da sein, oder? Und, und das dann halt irgendwie improvisierst, weil irgendwie, eigentlich, du kannst ja ein Rezept nehmen und du kannst eins zu eins so machen, wie die Person, die dir das Rezept hat. Ja, ja, ja. Und vielleicht das selber auch gekocht hat. Und du wirst es nicht so ankommen. Weil die Person hat dann irgendwie nochmal eine andere Intuition, wo sie sagt, das ist zwar mein Rezept, aber manchmal merke ich, ah, es braucht noch, es braucht heute aus irgendeinem Grund, braucht es noch ein Lorbeerblatt. Ja. Mee und irgendwie, es braucht noch ein bisschen Zitronensaft, mache ich sonst zwar nicht rein, aber irgendwie, weißt du, so, einfach irgendwie das, der konstante Prozess, Gordon Ramsay sagt, ja mal taste, taste, taste. Das eigentlich, das Schlimmste ist, was du machen kannst, ist einfach von A bis Z kochen, du hast nie auf dem ganzen Weg mal probiert, wo du gerade bist. Ja. Und wenn du das nie machst, dann wirst du auch nie checken, warum überhaupt dann nochmal nachsalz ist, warum dann überhaupt, keine Ahnung, das noch ein bisschen länger kochen lässt, warum es reduziert und so weiter und so fort, oder? Und ich sehe dort einen mega starken Zusammenhang mit, es ist eine kreative Arbeit, trotz allem, es ist etwas handwerklich, es ist aber auch viel Kreativität drin, einfach, wie mache ich das? Und dann ein bisschen Neugier rauszufinden, eben warum ist etwas so, warum schmeckt das anders auf einer anderen Temperatur, was passiert mit dieser Zutat, wenn sie länger kocht, wenn sie stärker anbrötet und so weiter und so fort, oder? Absolut, ich glaube, das ist ein guter Vergleich mit Kunst und Koch, es ist ja, also man sagt ja, Culinary Arts und so, es gibt schon einen Kunstaspekt und es ist, glaube ich, wie bei allen anderen, es gibt ein Handwerk, aber das ist nur so der Werkzeugkasten, wo es halt so gibt. Es gibt gewisse Rezepturen, wo Sachen funktionieren, aber wirklich anfangen, tust du erst, wenn du das mal drin hast und anfangen kannst, damit zu spielen, zu die Regeln brechen und da wieder ein bisschen mehr und alles nach deinem Geschmack auch ein bisschen anders machen und deine eigene Version von gewissen Sachen entwickeln, aber das braucht halt mega viel Zeit, also wir müssen jetzt wahrscheinlich noch jahrelang ganz viele Sachen beherrschen und ich habe das bei einzelnen Gerichten so erlebt. Ja. Bei Bolognese oder so, oder in der Carbonara zum Beispiel, wo ich noch nie eine echte Carbonara anscheinend gegessen habe, bis ich mal in Italien sah und dachte, was ist da anders, was ist das Ding, zum Beispiel, es gibt keinen Rahmen drin. Ja. Und das mache ich jetzt immer, wenn ich mich mit dem Lernen will, schaue, okay, wenn es einen Rahmen in der Carbonara hat, dann kann ich davon ausgehen, dass alles andere auch nicht ganz traditionell ist, wenn es jetzt nicht so richtig macht, dann findest du mal einen, der es richtig macht. Und also es ist sehr, sehr spannende Sache, zum können dann eben eigene Sachen, jetzt ist es so tüftlerisch, es hat auch so ein bisschen, fühlst dich ein bisschen chemielaborant mässig, so in gewissen Sachen, wo du sagst, ah, wenn man das reinmacht und da ein bisschen Stärke dazu und dann für dich, also es ist mega, mega spannend. Und man kann es aber auch überdenken, also zum Beispiel die Kochshows, zum Teil, wo ein riesiges Ding gemacht wird und wird gekocht und dann bekommt der Juror so eine Gabel und findet, ah, ist okay und der Rest wird so weggerührt oder so riesen Kuchen, wo es auch mal machen müssen und so. Und du denkst, es ist mega cool, aber es hat so ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack, wenn man so in der Küche bleiben will. Aber weisst du, was ich erst vor kurzem herausgefunden habe, dass so, also bei den Backsendungen, weiss ich es nicht, aber bei den effektiven Kochshows, zum Beispiel so Masterchef oder so, wo sie ein Gericht kochen müssen, das heisst, du hast fünf Minuten Zeit, um das zu machen, oder? Ähm, dort dann machen sie den Teller fertig und dann wird er sofort hinterher geschickt zu den Juroren und da essen sie dann wirklich. Das habe ich mich immer gefragt, weil er mega kalt wäre, sonst... Weil nur dann ist er halt noch in der Temperatur oder so zu sein und dann haben sie eigentlich ihre Meinung schon gemacht und dann kommt für die Sendung, kommt dann das ganze Ding, wo sie präsentieren, wo sie reinlaufen, alle Namen gabeln und haben eben schon, wissen schon alles. Weil bis zu der Zeit ist der Teller schon komplett kalt, oder? Ja, eben, das habe ich mich immer gefragt. Okay, das ist mal eine scripted Sache, die es Sinn macht. Ja, weil du kannst nicht, du kannst nicht in dem Moment gerade das so filmen, wie sie es wollen, oder? Mit dem schönen Studio. Was machen jetzt mit dem ganzen Rest? Also zum Beispiel, kennst du den Taste? Das ist die einzige Kochshow, die ich mir einigermassen wie zutraubend mitmachen würde. Gibt es jetzt auch in der Schweiz, oder? Schon, das habe ich nicht gewusst. Oder ist das auch Masterchef? Nein, das ist ja Masterchef. Ja, Masterchef ist ja so ganze Gerichte und der Taste ist einfach nur der Löffel. Und einen Löffel musst du herbringen, der verhebt. Okay. Und das finde ich eine mega geile Challenge, um ganz viel zu machen zu können. Und der eine Löffel muss klappen. Dann musst du nie ein ganzes Steak haben, der perfekt ist, sondern du hast auch den besten Teil nehmen. Also ich wüsste etwas, ich weiss nicht, wie man es macht, aber ich wüsste etwas, was einfach nur auf einem Löffel das geilste ever ist. Und zwar von einem Restaurant in Basel, vom Donati. Das ist ein wirklich sehr gutes Restaurant. Und dort gibt es, das hätte ich nie bestellt, wenn nicht irgendwie mein Vater mal gesagt hat, das müssen wir jetzt essen. Das heisst Koki, Koki Gratiné. Das ist einfach so ein Römertöpfchen. Und es sind so vielleicht vier Krovetten drin, also eben so Koki. Und die Soße ist so eine Tomate, ein bisschen Alkohol, irgendetwas, ein bisschen Rahm, wahrscheinlich noch Zieberle, wahrscheinlich noch ein bisschen Peperoni. Und oben drauf noch ein bisschen Käs gratiniert, oder? Und wirklich, das auf einem Löffel. Und wenn du das so nimmst, bist du so, what the fuck is this? Also du bist komplett weg. Du denkst wirklich so, oh mein Gott. Was ist so deine Lieblingsgeschmackswelt? Ich bin nicht mehr so süß, ich finde süß, es klingt so blöd, das Umami ist jetzt so in aller Munde, habe ich nicht genannt. Und ich verstand es immer wie mich, was damit gemeint wird. Und ich finde darum, die Annik hat jetzt irgendeine koreanische Chilipaste gekauft, zum Udo-Nudeln machen, wo letztes Jahr ist das irgendwie so ein Gericht vom Jahr gewählt worden. Und es ist super einfach zu machen. Es ist mir einfach so ein bisschen Friedenszebeln, Udo-Nudeln, die Paste, und das ist irgendwie noch mit ein paar anderen Sachen logischerweise zusammen. Und dann kommt dann eben der Umami-Geschmack. Es ist so ein bisschen erdnussig. Es ist aber nicht so erdnussig, aber es ist dann effektiv, es sind sehr viele Geschmacken zusammen und Umami ist sehr stark einer davon. Aber du hast dann auch trotzdem ein bisschen süß, du hast ein bisschen sauer. Aber schlussendlich, ich bin mega, ich finde salzig, finde ich halt schon mega geil. Also herzhaft oder so. Ja? Ja, bin ich auch. Also darum, ich meine, du hast noch ein paar Teile, in Deutschland gewohnt. Ich wohne auch in Deutschland. So ein, so ein, so ein, so ein, so ein deftiger Teller mit irgendwie viel Soße. So, alles, was mit Soße ist, bin ich dabei. Ja. Oft so Spätzchen und irgendein so ein, so ein Rahm-Champignons. Ja, ja, ja. Da hast du mich eigentlich immer. Sehr geil. Was ist es bei dir? Bei mir auch absolute herzhafte Dinge, wo man vielleicht zuerst, weißt du, so Speck einfach ziehen lässt und knusprig werden lässt und dann alles so ein bisschen rauchig. Ein bisschen, äh, Dings, auch zum Beispiel Bratwurst, zum Beispiel kann ich fast schwarz essen, also nicht ganz, ob so, ich kann das gerne, wenn es so ein bisschen kohlig und... Röstaromen. Röstaromen, genau, ja. Sag ich immer, wenn ich ein bisschen überdenke, sag ich, ja, ja, das sind Röstaromen und jetzt liebe ich so, äh, schau aber zu das perfekte Dinge. Ja. Also, das ist ja so geil, wenn sie, wenn sie quasi so passiv-aggressiv, äh, negativ-feedback geil sind, die, die Röstaromen, sind die bewusst so stark? Ja, ja, ist es verbrannt, oder? Boom, boom. Alright, äh, gehen wir mal zum nächsten Thema, oder? Zum nächsten Vielgutesach. Was haben wir jetzt noch? Eins und vier, oder? Ja. Also machen wir jetzt noch das Vier. Vier ist Rasenmähen. Wirklich? Ja, also allgemein Gartenarbeit, Rasenmähen, ich habe zum ersten Mal einen Garten, also so ein bisschen Rasen, ich wünsche mir, ich könnte länger Rasenmähen, es ist immer so schnell vorbei. Wirklich? Ja, also, ich bin recht schnell durch und ich könnte auch mal die Nachbarn fragen, ob ich bei denen auch soll durchmähen oder so, aber ich finde das so mega geil, es befriedigt so ein bisschen meine neurotische Art, also ich kann so ein bisschen, ich kann das gerne, wenn Sachen so neat sind, weisst du, so schön und zack und ich gehe nicht mit einem Schärchen vorbei, aber wenn ich mich nicht beschämen würde, würde ich es machen, einfach, ich finde das so geil, so das Wilde und dann gehst du durch und dann wird alles so, so schön. Was hast du denn für einen Rasenmäher? Oh, ich weiss gar nicht, wie der heisst, von der Landi. Aber so einer, mit so einem... Aha, mit Akku betrieben und so eines... Also so einem Kinderwagen von Rasenmäher, so. Ja, genau, so einfach, ja, von... Also wenn ich einen grossen, grossen Garten habe, irgendwann gibt es so ein Wägenli, kann ich so durchdrucken im Elektrowagen und so. Finde ich mega cool, also nicht so englisch vom Rasen her, also schon, dass man früher natürlich ausgesehen hat, aber ich finde das mega geil, so die Linien und dann so immer die perfekte Linie haben und dann... Das hat mich immer fasziniert, zum zuschauen, schon nur an einem Fussballstadion. Hey, Fussballstadion, mega. Ob es jetzt der Rund ist, oder ob es gerade Striche sind. Ich finde im Fall wirklich Rasenwert, oder wie sagt man das, so der Rasenplatzwart, der Job wird mega unterschätzt, also was für Kunstwerke ich kriege, also zum Offside besser sehen, hast du ja immer so die verschieden hochgeschnittenen Rasen, darum gibt es so die Linien auf dem Fussballplatz, und wie die das machen, und wie genau und präzise das alles ist, das hat mich immer mega fasziniert, ich finde das mega geil. Eine Kunstrasse zum Beispiel ist so ein komisches Gefühl, wenn du so, genau Ebay oder so, es gibt dir so ein kurzes Gefühl von Perfektion, wo das mega erfüllt, wo du sagst, wow, schau mal, das ist jetzt einfach mal perfekt und nichts ist irgendwie verschoben, jede Linie ist gerade, weil sonst bei uns hast du einmal in der vierten Liga oder so, hast du so mega schräge, Böden gehabt und mega Dinge, und das ist immer mega geil, und nachher ist aber die Perfektion gleichzeitig, zeigt dir auch, dass es eben nicht natürlich ist, und dann findest du es wieder schade, dann sagst du, ja, so ein komisches, gemischtes Gefühl bei so einer Kunstrasse, habe ich. Rasenflüsterer. Rasenflüsterer, das wäre ein T-Shirt für mich. Könnte ich mit dem Ding sein, nein, das ist wirklich etwas, wo ich auch mega abstellen kann, und dann auch sonst so ein wenig, weißt du, mit dem Kräuternkärtchen gehen, Kräuter pflücken, oder wenn ich so mit dem Schnittlach selber abschneiden kann, das gibt mir einfach so eine Verbundenheit, wo, es erdet mich halt so. Wirst du irgendwann so selbstversorgen? Das wäre ein Traum, ja. Ja. Wenn ich wirklich im Lotto würde gewinnen, dann gäbe es ein Landhaus mit, ich weiss nicht, ein paar Hühnern, oder irgendwie Schäfchen, oder so, und dann vier, fünf Hunde, die einfach so frei herumsecken könnten, und ja, so die Eier, und den Salat, und das Gemüse, und alles selber machen. Ja. Das wäre, das wäre ein Traum, wirklich, so, völlig, ein Kämmerchen mit einer Schreibmaschine, also Laptop, oder was auch immer, einfach schreiben, und so mit der Aussenwelt, und nur wenn du willst, gehst rein, und dann kommst du wieder raus, ja, so eine kleine Oase kreieren, das wäre, wäre ein Traum. Ja. Okay, wenn du, wenn du jetzt effektiv, wie oft musst du Rasen machen? Ja, so alle zwei Wochen, dann musst du nicht, hast du nicht so Mühe, aber wenn du jeden Monat machst, dann musst du halt den Akku öfter auswechseln, oder ein bisschen kämpfen, dann kämpft dann schon schnell, und dann wächst dann mega schnell der Rasen. Hast du da jetzt eine klare Struktur, wie du das machst? Nein, das ist so Pi mal Daumen, ich sehe, ja, jetzt ist wieder so wild, du musst auch mit dem Wetter immer schauen, hat es gerade geregnet, dann sollst du eher nicht auf der Rasen, kommt es jetzt dann geregnen, dann hat es mega, weißt du, wenn es mega heisse Tage sind, dann lässt du den Rasen lieber ein bisschen länger, und schon, dass er gerade so verbrennt, weil er ganz kurz ist. Das ist wirklich, je nachdem, wie die Gegebenheiten sind. Das hat mich im Gartenbad, wo wir früher immer gesehen haben, hat mich immer so aufgeregt, da ist der Rasen immer ein bisschen zu fest gemäht, gesehen, und danach hat es immer heiß geworden, dann ist er so spitzig, hart geworden, und mega schnell, hast du richtig gespürt, dass er trocken wird. Ja. Keine Ahnung, eine Woche später ist gesehen, dass er jetzt langsam, dass er jetzt langsam am absterben ist, so. Und eigentlich schon Stroh wird. Super Gegeben. Und du machst einfach einmal glatt, du machst einfach... Kein Muster oder so, nein. Kein Muster oder so. Nein, das traue ich mich noch nicht, aber es wäre auch komisch, wenn es so ein Fussballmuster hätte, so ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Aber ja, vielleicht mal zum Valentinstag so ein Herz rein rasieren, so richtig kitschig. Das wäre vielleicht schon mal lustig. Ja. Oder nächstes Level wären dann so Kornfelder. Ah. So ganze krasse Strukturen, so Mandalas und so. Genau. Oder was es halt auch schon gegeben hat, einfach so einen überdimensional grossen Penis. Haben sie doch auch schon drauf gemacht. Auf dem Rasen, wirklich? Ja, also so... Bei Kornfelder wird das gerne gemacht, das sind ja dann so... Aha. Der Bubenstreich. Und dann kannst du irgendwie... Sogar vom Flugzeug aus, siehst du ihn noch. Geil. Wenn wir Aliens das machen würden, würde niemand darauf kommen, dass es Aliens sind. Dann wäre es voll. Aber wegen Fussballrasen ist mir noch eingefallen. Ich glaube es ist Schalke gewesen, wo sie in Gelsenkirchen ihr neues Stadion gemacht haben, vor vielleicht jetzt seit 20 Jahren oder so. Haben sie einen ausfahrbaren Rasen gemacht? Ich glaube er ist ausfahrbar gesehen. Du hast wirklich ganz aus dem Stadion rausfahren. Ja. Damit dann halt noch Events sein können wie... Ach so, ja. TV Total, Stock Car, Crash Challenge oder was sonstiges, oder? Ja. Und dann haben sie aber gemerkt, dass der Rasen auf die falsche Seite ausfahrbar ist, nämlich wo immer Schatten ist. Wie? Sie haben einfach auf die falsche Seite gebaut. Ja. Also Stadionsschatten. Also es fährt gerade raus? Ja. Ich glaube ja. Er wird nicht irgendwie aufgerollt unter der Erde. Ja mittlerweile gibt es ja auch aufgerollte. So, aber früher... Das ist real. Das ist ein anderer. Und dann steht er einfach hinter dem Stadion sozusagen. Ja eben. Es war die falsche Seite. Schattenseite. Was ein Architekt- oder Architektbüro nicht so bedenkt hat. Ja. Alright. Willst du noch etwas sagen zum Rasenmaier? Nein. Es ist einfach eine entspannte, viel gute Tätigkeit. Nice. Schickst du mir mal ein Foto, wenn du Rasenmaierst? Mache ich. Also. Und dann kommen wir zum fünften und letzten, wo es Nummer eins ist. Das heisst, ja. Auch wieder ein bisschen Naturverbund wandern. Mhm. Also ausdehnte Spaziergänge bis Wanderung. Das sind Sachen, die wir wirklich sehr gut tun. Das hat mich nämlich noch wunder genommen. Beim neuen Plakat von deinem Solo. Hast du einen Rucksack an? Mhm. Und äh... Klar, im Programm hat es nicht so viel... Einmal hast du einen Joke darüber. Ah ja. Aber ich habe mich noch gefragt, warum hast du den Rucksack an? Ich habe natürlich meine Überlegungen gehabt. Es hat es noch nicht ins Programm geschafft, aber das Programm wird sich ja noch ganz wahrscheinlich komplett verändern. Ja. Die Idee ist, dass man auf die Welt kommt und man schon einen Rucksack hat. Mhm. Also in welcher Familie kommst du auf die Welt, in welcher Kultur, welche Religion, welcher Ort, welche Gesellschaft, welches Land. Und du bist von Anfang an einfach schon mal ein Gepäck und so. Mit dem musst du voran kommen. Mhm. Und dann hast du, weißt du, wenn du das Blockade angeschaut hast, im Hintergrund hast du die verschiedenen Hügel. Mhm. Und das eine ist der Bildungsweg, das andere ist der berufliche Weg. Also Karriereweg, dann Selbstverwirklichung und so die, ähm, die Erleuchtungssachen ganz rein. So das Buddha Ding. Und rechts oben habe ich noch so die Truman Show Stegen. Die. Die habe ich gesehen, ja. Die, die so aus der ganzen weltlichen Dinge rausführt, die dann so wie ganz frei bist, eigentlich so aus der Sims Welt, wo man sonst so lebt. Mhm. Und das ist so die Überlegung gewesen, dass man einen Rucksack hat und je schwerer der ist, desto immobiler bist du dann. Und das geht dann zurück bis zu wie fest. Hibst du an deinen Wurzeln fest. Ja. Und dann kannst du halt, wenn es einen Waldbrand gibt, nicht flüchten und so. Also all die, die Überlegungen sind von dort. Aber sonst ist das Wandern etwas, wo wirklich, äh, horizonterweiternd ist. Weil es, weil es dich wirklich, äh, freimacht, nochmal mittet und du Abstand gewünscht von all den Einflüssen, die sonst auf dich einprasseln und wo, 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 wo gewissemassen so ein bisschen Korsett sind im Leben und wenn du von denen wegkommst, dann wieder mal durchschnuffst und so einen Berg anschaut, wie er einfach nur ist. Mhm. Und ein Baum. Und dann denkst du so, wir kommen ja auch nicht auf die Welt, um irgendwo in meinem Büro zu sitzen und dass jemand zu dir kommt und sagt, hey, hast du Broschüren ausgedruckt? Mhm. Und dann denkst du so, welche Broschüren, Kollege? Und ich hab so ein bisschen, ja, eine mega gute Beziehung aufgebaut zu dem, ist auch wieder ein bisschen Eskapismus vielleicht, wo man so weggeht und, und wieder, äh, Abstand braucht von dem. Ich frage mich eben, ob es, ob es, ob es weggegangen ist. Oder zurück. Ja. Denk ich immer. Ich denke immer so, wenn du jetzt wirklich rauszoomst und wirklich einfach mal so, äh, nicht mehr Alien, aber eben schon nur jemandem vor 300 Jahren sagst, schau mal, so wird es sein, oder? Ob dort irgendjemand gesagt hat, ah, mega gut. Weisst du? Wow! Doch, das ist wirklich Fortschritt. Und natürlich ist es Fortschritt in mega vielen Sachen, aber ich frage mich dann schon immer, so geil ich, so geil ich New York als Stadt finde, ist es wirklich die Idee gewesen, auf so einem kleinen Feld Millionen von Menschen in absurde Höhen leben zu lassen? So, weisst du? Ja, ja, ja. Und wahrscheinlich ist dort genau dann für mich so der Gedanke, geht man, eben geht man weg von dem, oder geht man wie zurück zum, äh, zum Original? Eigentlich zurück, ja, ist schon recht. Es gibt gewisse zwei Bilder, die mir auch immer bleiben, wenn ich dann, wenn du auf einem Berg bist und du schaust ins Tal runter, egal wie herzig das Dörfli das ist und so, es ist immer so, all die Natur und dann wie so eine Abfallmulde von Stadt. Also das ist, in der Städte siehst du es mehr, wenn du auf dem Zürichberg bist, denkst du, alter, mega geile Berge und so. Und da hinten ist einfach alles so, Beton und Menschen gemacht und so. Und das andere Bild ist, wenn du in New York bist und hochschaust, wie klein fühlst du dich dort? Mhm. Fühlst du dich wirklich winzig und unbedeutend und so anonym und du denkst, ich könnte jetzt auf den Boden schiessen und es wäre scheissegal. Und bei den Bergen ist das auch ein bisschen, wenn du vor einem riesen Felsberg stehst, denkst du, auch wow, es tut dich wieder ein bisschen wie auf den Teppich bringen, aber es ist eine ganz andere Art von klein fühlen. Ja. Es ist eine befreiende Art von, hey, wir sind einfach nur, ja, Menschen in einem ewigen Universum auf einem kleinen Fleck, wo dann einfach nur existieren, ist der einzige Job eigentlich, was wir haben, aber wir haben uns selber so viele Jobs erschaffen. Ja. Und so viel das ganze Bürokratische und Zeugs und, dass man sich von dem ab und zu ein bisschen loslöst und sich wieder ein bisschen, ja, eigentlich wieder wie zu Hause fühlt, wo man eigentlich hingehört. Mhm. So fühlt sich das an. Ja, das verstand ich mega. Ja, wo ich irgendwie so vor dem letzten Programm irgendwann Krise hatte, habe ich so, eben habe ich mich auf einmal zurückerinnert, wo ich dachte, ah, aber du hast ja die Möglichkeit, du musst jetzt nicht in einem Büro sitzen und eben eine Broschüre fertig machen. Mhm. Du hast ja jetzt die Möglichkeit, einfach in die Natur zu gehen, weil ich habe das Gefühl, das wird dir gut tun, weißt du so, in diesem Stil. Mhm. Und es ist genau das gewesen, dass ich dann wirklich aufgefunden habe, okay, weg, weg, weg. Mhm. Und einfach nur eine Stunde, einfach alleine durch den Wald spaziert bin. Und ab und zu kamen, irgendwie zwei Hunde sind gekommen. Und der eine hat mich mega toll gefunden, weißt du, dann ein bisschen so. Mhm. Und dann sagst du, komm jetzt, eh. Hallo, Vivi. Hey, sorry, geil. Nein, nein, ist alles gut. So gut, so gut. Und es hat es wirklich gebraucht, einfach wieder so, es schmeckt anders, und du hörst andere Sachen, und ja, du fühlst dich positiv unbedeutender. Ja. Ja, genau. In einer Stadt fühlst du dich unbedeutend, aber zuteil erdrückend. Ja. Und in der Natur fühlst du dich positiv unbedeutend. Ja. Du bist so, ah, ich bin Teil von, also ein ganz kleiner Teil. Ja. Von dem ganzen Organismus, sozusagen. Mhm. Das tut dir, also es ist so ein bisschen das Ego ablegen wieder. Mhm. Und du musst nicht so mega schauen, ich muss überleben, sondern du bist einfach dort und kannst du anatmen und das befreit eigentlich, dass du eigentlich gar nicht musst und nichts muss. Ja. Du machst dann auch so Wanderungen mit SAC-Hütten, übernachten und so. Was für eine Hütte? Ah, okay, nein. Was ist das? SAC, Schweizerische Alpenclub. Ah. Heisst es, oder? Das sind, äh, ich weiss nicht genau wie es funktioniert, vielleicht kann Christoph das erklären. Wirst du Mitglied, oder kannst du es einfach so immer buchen? Ich glaube beides, du kann, wahrscheinlich kann man Mitglied sein, aber ich bin auch schon in einem Mal gewesen, einfach so ein Teamausflug. Ja. Ich glaube, die sind zugänglich für alle und wenn du dann irgendwie noch Mitglied bist, ist es dann günstiger oder so? Ich bin mal mit einem Kollegen, der hat das auf der 30 Städter uns, also mir geschenkt, dass wir zu dritt gehen gehen wandern und dann hat er auch irgendwie noch eine Übernachtung gebucht in einer SAC-Hütte. Und das sind halt wirklich einfach so, einfach so Alphütten. Okay, du kannst einigermassen, oder sogar für Schweizer Verhältnisse sehr günstig, kannst du übernachten, hast aber natürlich keinen Standard. So eine Jugendherberg? Genau, du hast keinen Standard von einem Hotel, sondern du hast einfach, du hast einfach ein Bett und du bist einfach schon an einem guten Ort, dass du dann irgendwie am nächsten Tag kannst du sagen, wir gehen jetzt dort durch und du bist einfach schon sehr gut positioniert zum Weiterwarten. Ja. Aber in dem Fall, Schweizerische Alpenklub, ja. In dem Fall hast du das noch nie gemacht? Nein. Das ist, aber jetzt momentan sind es mehr einfach ausgedehnte Spaziergänge oder so, aber wir müssen dann schon, weißt du, Sommerferien irgendwie auf Schottland oder so. Mhm. Und dann dort wirklich so ein bisschen Highland-mässig und ja, völlig abgeschieden spazieren. Was ich besser finde, als jetzt so ausgedehnte Spaziergänge, weil dort hast du schon weniger Begegnungen mit Leuten, aber die Begegnungen, die du hast, sind bedeutsamer. Mhm. Das finde ich jetzt ein bisschen wie so ein bisschen das Paradox, also viele sagen so, ja, du wirst irgendwelchen Verantwortung entfliehen, wenn du gehst und so, aber eigentlich in deinen Spaziergängen hast du viel mehr Verantwortung, weil wenn irgendjemandem etwas passiert, du musst einschreiten. In der Stadt läufst du einfach drauf herbei, machst du ein Foto, wenn du willst und irgendjemand wird dann schon schaummässig und du bist so ein bisschen zynisch gesagt, ignorierst das. Aber in so einem Spaziergang, wenn so Jogger zum Beispiel mir entgegenlaufen, ich grüsse die nicht, weil ich will den nicht aus dem Konzept bringen, wenn er schon halb, weiss so voll im Anschlag ist und ich so, ich habe nicht mehr so schliessen und wenn irgendjemand ist, dann musst du da sein oder jeder, der dir entgegenlauft, muss grüssen. Es ist so ein bisschen eine andere, so ein bisschen eine Mischung, die dann einmal unangenehm ist, wenn du nicht ganz allein bist. Ja. Gibt es genau so die Ebene von allein sein, wo einmal ja fast ein bisschen nervig ist, weil ich würde eigentlich ein bisschen Selbstgespräch führen, wenn ich mein Comedy-Zeug durchgehen und einfach so, wo du ein bisschen reden konntest, dann nehme ich Kopfhörer rein. Falls Leute begegnen, dann haben sie nicht das Gefühl, du bist wahnsinnig, sondern du redest mit irgendjemandem am Telefon. Was aber auch nicht immer aufgeht, je nachdem, was für ein Bit du gerade am Ding so bist. Ja. Jetzt verstanden ich, weil das ist das, was mich in dieser SAC heute ein bisschen gestresst hat, weil du kriegst dann halt jetzt Nacht. Also ja, es war quasi ein kleines Restaurant. Und ich bin, was ist das gewesen? Ich bin, glaube kurz vor, hat bei RTL auftraten. Und mein Kollege hat mich dann halt wegen dem etwas gefragt. Und dem habe ich es gerne erzählt. Und dann habe ich gemerkt, ich erzähle es nicht nur ihm, sondern ich erzähle es auch einen halben Meter neben mir, der bei seinem Tisch komplett ausgelinkt hat und einfach nur noch hier zugehört hat. Keine Ahnung, ob er mich gekannt hat oder ob er einfach irgendwie das spannend gefunden hat. Aber es hat mich dann so ein bisschen gestresst, wie sie gefunden haben. Eigentlich würdest du... Das Gegenteil, das Gegenteil ist die Idee, dass man jetzt zu dritt einfach irgendwie am Arsch der Welt gefühlt in der Schweiz nehmen herum wandern. Und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir da und jetzt reden wir noch ein bisschen. Weißt du so, oder? Ja, ja, ja. Das ist aber... Selten? Ist okay? Uff, bei mir dann nicht. Ich komme mir nicht klar. Ich spüre mich gar nicht. Ich bin jetzt sehr offen für die ersten Camperferien. Okay. Ja. Also Bus... Also so Camper... Okay. Das haben... Campingwogger oder wie man... Ich habe mir das überlegt, irgendwie... Wahrscheinlich reicht es nicht mehr für den Sommer, aber irgendwann... Weißt du, Skandinavier, so... Ja, vor... So zehn Tage. Weil dort ja Wildcamping... Ah, weil überall... Genau. Und es gibt halt wirklich so Anbieter, wo du genau kannst sagen, wir fliegen dorthin, nehmen den Camper. Und es gibt mittlerweile so E-Camper, was mega geil ist. Okay. Ähm... Der Miet ist dann an diesem Ort und du kannst ihn dann am anderen Ort zurückgeben. Ah, praktisch. Dass du wirklich einfach... Sie machen für dich wie die Route schon... Ja. Ein bisschen klar. Ah, cool. Und... Das musst du mir nachher zeigen. Weil mir mega wunderbar wird. Auch der Anbieter und so. Skandinavier ist schon so lange auf meinem Ding und weißt... Es ist halt mega strecken und nur einfach durchfahren wäre langweilig. Genau. Mit einem Camper ist eigentlich... Also... Kein Anhänger, oder? Nein. Ein Wohnwagenrecht. Genau. Ein Camperbüssli. Ja. Ja. Weißt du, es gibt ja die, die ein Bett auf dem Dach haben... Aber es gibt jetzt gute E-Camper, die die jetzt anbieten, die ich recht geil finde. Und auch genug Stationen auf dem Markt, um... Genau. Okay, cool. Ja, weil die haben... Ich hab das Gefühl... Ich hab das Gefühl, die haben eh nur noch Stationen. Ja, ja. Solarmässig und so. Ja, da ist wahrscheinlich die Tankstelle und so... Was? Ja, voll. Oh. Voll. Weil du kannst auch mit irgendwie... Ich glaube, du die Fjordsinger kannst auch mit so... Kreuzfahrtschiffe und so rumfahren und so. Aber das ist... Ja, sind wir noch ein bisschen zu jung. Ja, genau. Fünf Jahre. Ja. Fünf Jahre, genau. Ja, okay. Hast du noch... Hast du noch etwas zum Wandern? Nein, einfach... Also ich würde es jedem empfehlen. Das ist wirklich... Also alle die Probleme, die man sich macht... Vor allem Luxusprobleme und so... Das verflügt einfach wirklich. Also das ist immer eine gute... Wie machst du es, wenn du wieder zurückkommst vom Wandern? Wie meinst, wie machst du es? Also wenn du dich wirklich... Also ich kann nicht wirklich wandern, musst du zu sagen. Ah, nein. Ich mache wirklich Spaziergang. Okay. Das war dort ein Geschenk. Und ich habe meinen Kollegen auch massiv verflucht. Weil er hat sich natürlich verschätzt in der Route. Weil ich gesagt habe, so einfach bis mittel. Mhm. Und dann hat er irgendwie... Er hat sich verlesen oder hat nicht genau gesehen, dass es... für die zwei Stunden 500 Höhenmeter sind. Ja. Und äh... Und äh... Was sagt man 100 Höhenmeter? Entspricht man Leistungskilometer. Heißt du so? So. Und wir sind schon irgendwie fünf Kilometer Distanz gelaufen. Mhm. Und dann bist du so ein bisschen... Eben, ich bin nicht gemacht für... Ja. Zehn Leistungskilometer, weisst du... In zwei Stunden noch der Ruf und so. Ich finde ihn voll durab schlimmer. Du musst einfach schön die Waden zuerst... Die Waden zuerst dehnen. Okay. Ich hatte mehr mit den Knie Mühe irgendwann. Wirklich immer das, weisst du... Ja, ja. Das Bremsen und Blocken und alles geht so in die Zähne, weisst du. So deine ganzen Füße sind vorne eingewurschtelt in deinen Wanderschuhen. Ja. Wir sind im Pizztal gewesen und wirklich irgendwie der höchste Gletscher irgendwie bis Österreich. Ja. Und dann sind wir dann das Köffelchen zu trinken, weisst du mit dem Bärenli rauf. Ja. Und irgendwann... So die Freundin sagt, hey, gehen wir äh... Zu Fuss runter, was meinst du? Ja. Ach, und wie weit kann das schon sein, gell? Ey. Vier, fünf Stunden wirklich nur durchab. Ja, okay. Mega schöne Landschaft, alles mega schön. Aber so nach der zwei, drei, dritten Stunde hast du immer das Gefühl, man... Du kannst ja nicht einfach aufhören. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, jetzt bleibe ich da oder... Ja, ja. Du musst weiter machen. Ja, ja. Durchab finde ich recht mühsam. Gut, fünf Stunden ist ja nochmal... Ist ja nochmal intensiv. Ja. Ja. Aber eben, Tobi, ich mache nicht wirklich Wanderungen, muss ich sagen. Also, was ist deine Frage gewesen nach dem... Ja, weißt du, wenn man... Auch wenn du Ferien machst, die dich entspannen... Ja. Wo allgemein so eben die Flucht gehabt hast... Ja. Und dann wieder so zurückkommen... Ja. Dann gibt es so die Post-Ferien-Depressionen... Aha! Oder wenn du im Flugzeug bist und du siehst, ja, okay, wir sind über der Schweizer Welt, ich sehe die Wolken... Wie machst du das, wenn du so wieder zurückkommst und wieder in das Getümmel musst, nachdem du dich hast mühsen befreien aus Überladungsgefühl... Dann geht es einfach besser. Ich habe dann nicht so Mühe... Ich habe dann nicht so Mühe wieder mit dem zurückkommen. Ja. Weil oft ist ja dann... Ich... Flüchte ist eh fast das Wort, aber ich muss mich manchmal ein bisschen von Sachen entziehen, die ich ja eigentlich gerne habe. Das ist eigentlich der Punkt. Dass einfach, wenn ich es zu oft habe und zu viel mache, dann verfliegt ein bisschen der Spass. Du hast gar keine Zeit mehr, um es zu geniessen. Das ist so viel. Ja. Ja. Das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Du hast mir zu einem kritischen Zeitpunkt mega viel Energie zurückgegeben, weil du die wirklich jugendhafte Freude gehabt hast... Weil es neu war für mich. An Comedy als solches einfach überhaupt keinen aufzutreten, oder? Und wo du das erste Mal Geld gekriegt hast... Weiss ja genau. Oh mein Gott, dass einfach das möglich ist. Ja. Das, was du schon immer hast machen und du kriegst jetzt sogar noch Geld für das. Absurd. Ja, du hast es möglich gemacht. Also ich hätte auch... Ja, aber völlig unabhängig von dem, hat mir das dort ein bisschen wieder... Also nicht nur ein bisschen, hat mir das mega geholfen. Ja. Und dann habe ich eben gemerkt, dass das jetzt eigentlich immer wieder der Fall ist. Ich meine... Ich habe... Letzter... Keine Ahnung... Letzter Sommer oder so... Habe ich eine Corporate gehabt, nachdem ich glaube sechs Wochen nicht gespielt habe. Mhm. Ich habe mich gefreut auf diesen Corporate. Ich habe mich so gefreut. Und ich hatte so eine... Ich hatte so eine Spielfreude gehabt und so eine Energie. Einfach, weil ich nicht in dem mega Trott gewesen bin. Mhm. Ich habe das Corporate zwei Monate vorher gehabt gehabt. Und das war der vierte in dieser Woche, wo ich wirklich so... Oh mein Gott. Eben so mega blöd. Weil es ist genau das Gleiche. Du gehst nicht mehr hin zum Kauftreten und du kriegst Geld dafür. Ja. Mega geil. Und das eine Mal habe ich gesehen, muss ich das jetzt wirklich auch noch? Mhm. Und irgendwie am Arsch von der Welt und so, oder? Und darum ist es eigentlich, eben mit so... Schon nur so diesen kleinen Sachen, wenn ich mich wirklich wieder mal entziehen kann, habe ich nachher nicht so Mie wieder in das hineinzukommen. Weil es sind ja eigentlich tolle Sachen. Es ist mehr einfach ein bisschen... sich besser einzuteilen. Ja. Die... Peak... Wie heisst es? Peak and Rest Phase. So. Also, dass man die Rest Phase sich halt ein bisschen probiert zu gönnen in... in Hochsaison. Ja. Ja, voll. Ich habe im Fall lustigerweise genau das Gleiche, wo du mir wieder so ein bisschen... weisst du, die Augen geöffnet hast. Am Ende vom ersten Programm haben wir irgendwann zusammen gespielt. Ja. Und dort haben wir darüber geredet, die neuen Sachen. Und du bist auch etwas im Neuen dran gewesen. Und ich bin eh parallel müssen das neue Programm irgendwie andenken. Und dort wäre ich auch kurz bevor, eigentlich so in das... in das Trottigen reinzugehen und mega verkopft zu denken, okay, wie... wie macht man das jetzt so ein Plan? Und dort hast du gesagt, dass du dich wirklich losgelöst hast von dem Konzeptionellen und Starren, sondern einfach sagst, hey, lustig... Ja. Das ist so... Funny first. Genau. Funny first. Das oberste Gebot ist einfach lustig, was Spass macht. Und alles andere kommt nachher. Und das hat mir auch wieder ganz viele Knöpfe gelöst und wieder frei. Und ich bin noch nicht ganz dort, aber ich merke so mit der Zeit, dass die lustigen Sachen einfach... Ja, ich bin ja mega der Konzeptionelle und verkopft. Und ich habe vier Programme und jedes ist irgendein philosophischer Grundsatz, den ich diskutieren will. Und die Geschichte geht dann weiter. Dann überlege ich mir so Sachen wie, ja, letztes Mal sind wir bei der Hochzeit gewesen, jetzt ist es ein Jahr später, aber dann muss ja wieder Winter sein, aber ich würde gerne so eine Sommergeschichte haben. Ah, und der ist dann dort und der muss dann da. Und ich bin völlig verkopft. Ja. Und nachher mit uns im Gespräch habe ich dort wirklich auch wieder... ein bisschen Luft. Das ist so wie so ein geschlossenes Ding gewesen, wo du so ein Loch treiben bekommst, wo so ein bisschen das Ventil ist. Ja, ja, ja. Und es fleddert jetzt immer mehr auf. Ja. Und das macht immer mehr Spass. Das ist wirklich etwas... Ja, ich glaube, es ist ja wichtig, dass man sich alle Gedanken macht, aber eben, dass man sich nicht festfährt damit, oder? Dass irgendwie, äh... beim einen der Programme ich gefunden habe, ich habe, ich glaube ich habe es schon mal erzählt, ich baue es auf wie ein griechisches Drama. Halb Idiot, oder? Ja. Ist für mich eigentlich, ich habe mich damit beschäftigt, wie ist ein griechisches Drama aufgebaut, was ist so der Grundsatz für Theater, oder? Ja, ja, ja. Das ist so gut. Oh mein Gott. So, und für diesen Moment habe ich es geliebt. Und habe dann aber gemerkt, okay, ich habe mir gesehen, vor... bei dieser Tour vielleicht 5'000 Menschen, die das gesehen haben, hat jemand gesagt, das ist wie ein griechisches Drama, und du findest 1'000 zu 5'000, das ist schon brutal. Heftig geworden. Für das, wie du dich einschränkst damit. Genau, für das du so viel Arbeit damit aufwendest, für das aufwendest, oder? Und, und, und darum habe ich dann auch irgendwann gemerkt, ich muss mich ein bisschen lösen von den, von den Kopfsachen. Ja. Weil was ist das, was am Schluss vorne auf der Bühne passiert? Absolut, absolut. Das muss, das muss funny sein. Ich bin bis zu der Fibonacci-Folge und so gegangen, in den Konzeptionellen, denke ich so, wenn ich jetzt da eine Minute mache, und da neun Minuten, und dann da zwei, und dann da drei, und dann da fünf, dann komme ich da, und das gibt genau zwölf Minuten, und dann kann ich da wieder neu zu. Ja. Einfach so, dass wir wissen, die, weiss so, die, die, die unterschwelligen Sachen, die man nicht mitbekommt, sondern nur gespürt, ob man das kann, auch auf Comedy irgendwie anwenden, dass man, ich denke, es kann immer noch ein bisschen, so ein bisschen, weisst du, kleine Bits zuerst und dann die längere Nacht. Einfach so ein bisschen, vielfältiger in die langen Sachen, ähm, reinbringt und so, aber schlussendlich ist es wirklich, wie du sagst, einfach lustig, die, die coole Sache, aber ich glaube, ist das nicht bei jedem Job und jeder Zeitigkeit irgendwie so, weil, ich denke mir immer, jeder, der mir sagt, mein Traumjob ist der, dann stelle ich mir immer vor, irgendjemand hat den Traumjob, und es schiesst ihn verdammt an. Mhm. Und irgendwann wird es auch Leute geben, die sagen, hey, morgen muss ich zum Mars, man, nur anschissen und so. Und das ist so eine komische, menschliche Eigenschaft, dass man sich bei gewissen Sachen, egal wie schön sie sind, irgendwann wieder daran gewöhnt. Mega. Und irgendwie, wieder muss es ausbrechen oder eben aus anderen Augen oder andere Perspektiven dazu haben, wieder, wenn man sieht, ah, der freut sich mega über das, was mich eigentlich schon, so komisch am Anschiessen ist. Yeah. Oder selber Ausstieg und so. Und darum ist ein Wanderer so ein Thema, wo wirklich eine neue Perspektive gibt, wo du wieder kannst aus der Vogelperspektive Sachen anschauen, wo du zu viel, zu fest drin gesteckt bist und nicht mehr, ja, zu den Wald nicht mehr gesehen hast von Luthenberg. Mhm. Wunderschönes Schlusswort gesehen. Ich glaube, wir hören doof. Ja, haben wir schon, was haben wir, Stunde 51. Wir haben gut. Hey, danke vielmals. Ich bin jedes Mal mega in Redenfluss mit dir. Mega. Mir hat das jetzt sehr Spass gemacht mit dem neuen Konzept. Ja, wohl. Vielleicht kannst du sagen, ich soll eine Karte machen und hinlegen und dann kannst du noch ein bisschen, welches ziehen wir zuerst. Nein, ich glaube nicht. Aber ich kann eigentlich ein bisschen Zufallsgeneration reinbringen, anstatt dass ich so eine, dass du selber auswählen kannst, welches zuerst. Ja, ist ja super. Ich habe es gut gefunden. Ja, und ich glaube, dramaturgisch ist das jetzt auch aufgegangen. Mhm. Von Gamen zu wandern. Ja, voll. Es hat alles Platz gehabt. Eben, neues Programm, neue Tour, ganz viel Spass. Nein, danke. Erfolg ist, ist schon da, weiterhin viel Erfolg. Und, äh, ich habe, ich habe wirklich mega Freude, ähm, an, an dir, an deiner Comedy, dass es dich gibt, in dem ganzen Kuchen. und, äh, und, äh, und das habe ich ja bei der Premiere wieder verspürt. Das hat er ja gesagt nachher. Also wirklich einfach so, äh, ein Stolz, nicht im Sinn von, äh, dass ich etwas damit zu tun habe, sondern ein Stolz im Sinn von, einfach, einfach geil, dass es so ist. So, einfach Freude. Wirklich. Danke. Es bedeutet mir wirklich sehr viel und das hat sehr viel mit dir zu tun. Alles, wie, wie es bei mir, wie sich es entwickelt hat. Es hat es aber so oder so. Es hat es wirklich so oder so. Ich habe eine gute Schulschule hinter mir und ich bin auch ultra dankbar dafür, dass ich, es ist ja alles Übung und alles Routine und alles so ein bisschen mit uns reinkommen und das geht nur, wenn man ganz oft kann, das machen und üben. Und dadurch, dass du mich, ich glaube, es hat noch nie irgendjemand gemacht in der Schweiz, zu kommen, jemanden fix als Tour-Support mitnehmen, als jemanden, den noch niemanden kennt und einfach dürfen auf Tour gehen, mit einem Profi unterwegs zu sein und so viele Städte, so viele Orte und so viele Leute dürfen haben, die eine Resonanz geben, wo man sich dann so fühlen und daran arbeiten kann. Das ist wirklich ein grosser, grosser Anteil gerade an dich, wieso es so geworden ist, wie es geworden ist, zuerst. Vor allem so viele weirde Gigs. Ja, das hat auch damit zu tun. Das ist aber auch geil, dass das, ja. Zwei, drei sind immer Backstage gesehen und wirklich so, was? Weisst du, als du in der Schweiz gespielt hast und es ist irgendwie, wir müssen machen, bitte nicht Verlängerung, bitte nicht Verlängerung, dort irgendwo am Berg oben. Schweiz-Spanien. Schweiz-Spanien Halbfinale. Sie haben sogar Penalti-Schiessen gemacht. Ja, Beasts und Penalti-Schiessen gegangen. Und gerade nach dem Penalti-Schiessen habe ich angefangen. Ja. Sie sind gerade rausgekehrt und dann jetzt geheißen, jetzt geht's los. Die Bussi läuft. Ja. Du kommst raus. Hey! Tier 12. Ja, wirklich. Burgbachkeller, letzte Show vor Corona. Ja. Da sind wir auch, glaube ich, 13 Leute im Publikum. Eine der geilsten Shows gewesen. Aber. Ist immer noch auf YouTube. Kann man immer noch schauen. Die ganze Show. Alright. Bis bald. Bis bald. Wir machen da, du machst das Konzept und dann wird okay. Hey, ja. Schaltet ein, wenn es wieder heisst, Feel Good Gaming. Wie nennen wir das? Wir geben dir einen geilen Namen. Wenn ihr Ideen habt, was wir geben sollen, einfach in die Kommentare schreiben, aktiviert eure Glocken. Sagt man das so, oder nicht? Aktiviert eure Glocken. Sagt man das so. Ich glaube nicht, dass es heisst, aktiviert eure Glocken. Ich höre das immer. Also, ich habe so eine Yoga-Tante, wo ich viel schaue, um so Übungen zu üben. Und die sagt, aktiviert eure Glocken. Aktiviert eure Glocken. So habe ich zuerst auch missverstanden. Ich habe nicht gewusst, was das heisst. Aktiviert eure Glocken. Also, meine Glocken sind nach dem Gespräch sehr aktiviert. Ja, es ist ein sehr glockenaktivierendes Gespräch mit dir. Danke Christoph. Bis bald. Danke Christoph. Merci.